1, 2, 3, 4, Test, 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 Test 1 2 3 4 Test 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 Test, Test Test, Test durch und Test Test Test, Test test Test, Test stellt Hey du hast dann eine Sprungkabel aufgedreht U! Nein. Ich hab die Box auch noch kaputt. Wir haben jetzt sechs Stunden Zeit. pepper betrüft die Box noch ein bisschen die Masse richtet 1 2 3 4 Test Test besser 1, 2, 3, 4, Test, 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 ja Wir haben nicht besseren Ton, aber wir haben das Mikro, weil ich sonst im Stream keinen Ton habe 1, 2 Wer macht V11? Ich soll den machen Gut Bitte sehr Der Florian muss Der Florian muss Der Florian muss Vielen Dank. 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 Die nicht grüne Stimmkarte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und last but not least, wir haben diese Unterschriften gesammelt ohne das Stigma unseres letzten Wahlergebnisses. Das heißt, die Leute waren wahrscheinlich etwas eher davon überzeugt, ihre Unterschriften zu geben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte es für nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich, dass wir in der gegebenen Zeit diese tausend Unterschriften zusammenbekommen können. Es tut mir sehr weh, das hier zu sagen, aber ich fürchte, dass es so ist. Aber das ist nicht so schlimm. Weil wir sind in diesem Kampf nicht alleine. Es gibt eine neue Liste, die sich zur Stadtratswahl einbringt, die sehr, sehr ähnliche Themen wie wir vertritt. Bürgerbeteiligung, Transparenz, Sie haben auch das Thema Mieten ganz vorne. Das sind ganz ähnliche Sachen, wie wir machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie reinkommen, ist, ich sag mal, nicht schlecht. Und wenn wir Ihnen dabei helfen, mit unserem Know-how, vielleicht mit unserem Material, wir haben zigtausende Wahlkampfplakatständer. Dann glaube ich, dass die Chancen, dass wir unsere Inhalte in den Münchner Stadtrat reinbringen, größer sind, als wenn wir auf Teufel komm raus versuchen, selber hineinzukommen. Ich weiß, das tut mir leid, das zu sagen, aber es ist das, was ich im Moment glaube. Und ich habe es jetzt als meine Pflicht gesehen, das mal hier zur Abstimmung zu stellen. Kannst du was zu dieser Liste sagen, aus wie die sich zusammensünden? Reihenfolge Fragen? Du möchtest Fragen stellen, du möchtest Fragen stellen, drei. Wer führt mir eine Rednerliste? Claudia, kriegst du das hin? Rednerliste mitzuführen kurz? Okay, mache ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann würde ich doch sagen, Schlange bilden. Arnold. Also vorneweg, wir hatten ja mit Hut Kontakt aufgenommen, das ist das eine. Das andere ist, ich habe nichts dagegen, wenn wir die tausend Unterschriften nicht bekommen, wenn wir das nicht schaffen, die Hutliste zu unterstützen. Aber ich sehe es nicht als unsere Aufgabe gleich an, dass wir gleich einpacken und sagen, wir machen das nicht. Mag ja sein, dass wir die tausend nicht schaffen, wobei ich das nicht glaube. Ich glaube fest daran, dass wir die schaffen können. Okay. Dann rede ich halt auch so. Ich kann auch ohne Wien kommen. Das wäre jetzt auch kein Problem. Okay. Deswegen, wir sind heute hier zusammengekommen. Einige haben sich überlegt zu kandidieren, einige wollen vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber es schadet uns nicht, heute hier eine Liste aufzustellen. Wenn wir dann das alles nicht schaffen, wenn wir Piraten das nicht gebacken kriegen, gut, dann können wir immer noch danach der Zeit die Hutliste unterstützen. Das wäre überhaupt kein Problem. Okay. Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich würde, aber ich darf doch... Ich habe keine Frage, war eine Feststellung. Das kann nicht wahr sein. Du kannst nachher dann, Schlusswort... Wenn ich eine Frage ohne Fragezeichen formuliert, dann darf ich nicht darauf antworten. Soll er sie beantworten? Ja. Danke. Also ich habe mir das natürlich auch überlegt, weil ich mir dachte, klar, warum machen wir es nicht so, ist doch einfacher. Aber das Problem ist erstens, wenn wir es nicht schaffen, zur Stadtratswahl in München die Unterschriften zusammenzukriegen, ist das halt krass peinlich. Doch, das ist krass peinlich. Das ist eine der größten deutschen Städte und da schaffen es die Piraten nicht, bei der Stadtratswahl teilzunehmen. Das ist eine Blamage, erstens. Und zweitens, es ist nicht so glaubwürdig, dass man eine andere Liste unterstützt, nachdem man selber gescheitert ist, mit ihr in Konkurrenz zu treten. Das heißt, wenn wir wirklich es ernst meinen und auch wir uns wünschen, dass die Hutliste am Ende nicht ihr eigenes Ding macht, sondern auch mit uns irgendwie zusammenarbeitet, dann können wir nicht nur mit ihnen zusammenarbeiten, weil wir es selber nicht gebacken bekommen haben. Das halte ich für unwahrscheinlicher, als wenn wir es gleich von vornherein machen. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Sicht. Also ich finde die Begründung Erfolg zur Unzeit, weil wir jetzt tatsächlich darüber reden sollten, was wir selber machen. Und zwar ganz einfach, weil wir eine AG Kommunalpolitik gehabt haben, die sich jetzt schon über zwei Jahre damit auseinandergesetzt hat, was für ein Kommunalprogramm wir uns geben sollen. Und ich finde es absolut unerhört, wenn wir denen heute den Stinkefinger zeigen und eure Arbeit war für einen Papierkorb. Wenn wir jetzt nicht antreten. Jetzt habe ich doch ein Mikro. Kannst du was Näheres zu der Hutliste sagen und wie die sich zusammensetzt, ob da Leute sind, die man vielleicht kennt? Die Frage beantworte ich. Da gibt es tatsächlich Leute, die man kennen kann. Das ist ein Bündnis aus allen Münchner Initiativen, die es so gibt. Das Bündnis Bezahlbares Wohnen. Goldgrund, das ist das andere Bündnis. Da ist Mehmet Scholl mit dabei gewesen. Da sind ganz viele Local Heads dabei, die für ein besseres München kämpfen. Ich habe keine extremistischen Gruppierungen gesehen. Also das ist ein Haufen wie wir. Nur, dass sie sich aus Bürgerinitiativen zusammensetzt, die schon seit Jahren für Veränderungen in der Stadt kämpfen. Ich möchte nur mal das Ganze zu versachlichen, was der Alex gesagt hat, auch mit Zahlen unterlegen. Wir hatten letzten Samstag einen sogenannten Kommunaltag, so haben wir das genannt. Und da war ein Thema, Unterschriftensammlung. Und wir haben da einen Ex-OB-Kandidaten der Piratenpartei, nämlich den Erik Lembeck aus Landsberg, da gehabt. Und ihn ein bisschen ausgequetscht darüber, wie er denn da Unterschriften gesammelt hat. In Landsberg mussten damals 200 Unterschriften gesammelt werden. Das ist also ein Viertel von dem oder ein Fünftel. Und er hat halt gesagt, okay, was haben sie alles gemacht und was hat davon funktioniert. Beispielsweise Plakatständer und Radiospot und keine Ahnung, Zeitungsinterview. Hat alles nicht funktioniert. Das Einzige, was funktioniert hat, war in der Nähe dieser Unterschriftenstelle, also beim Rathaus oder beim Eintragungsstelle stehen und dort wirklich die Leute reinschubsen, mehr oder minder. Und er hat dann gesagt, mit fünf, vier, fünf Leuten war das machbar, dass man pro Stunde, wenn man gut war, zehn Unterschriften gekriegt hat. Also pro Stunde zehn Unterschriften mit fünf Leuten. Alleine hat er gemeint, funktioniert das nicht, da kriegst du keine Leute rein, das haben sie auch probiert oder zu zweit, sondern man muss eine gewisse Präsenz, also physische Präsenz zeigen, damit man wahrgenommen wird. Also braucht man wirklich vier, fünf Leute. Wenn wir das mal hochrechnen und tausend Unterschriften, zehn pro Stunde, wir sind alle keine Mathematik-Esser, aber das kriegen wir gerade noch hin, sind es 100 Stunden effektive Arbeitszeit mit jeweils vier oder fünf Leuten. Nun muss man jetzt da noch wissen, dass er zu einer Zeit gesammelt haben, als die Piraten so ungefähr bei zehn Prozent im Umfragen standen. Heute wissen wir ja, wo die Piraten stehen. Also kann man, wenn man es nicht ganz pessimistisch sagt, aber immer noch realistisch bleibt aus meiner Sicht, davon ausgehen, dass man diese Zeit verdoppeln muss. Das heißt, wir reden dann nicht über 100 Stunden Vor-Ort-Arbeit, sondern 200 Stunden Vor-Ort-Arbeit. Das sind vier Wochen oder eigentlich sogar sechs Wochen ununterbrochen, jeden Werktag vier oder fünf Piraten auf der Straße, und zwar acht Stunden. So, ich frage euch einfach nur, also ich möchte euch nur das bewusst machen, jeder, der heute hier eine Stadtratsliste aufstellen will, muss sich dessen bewusst sein, dass wir es auch schaffen müssen, wenn wir denn den Weg gehen. Ich argumentiere jetzt hier nicht pro oder kontra diesen Antrag. Ich möchte euch nur bewusst machen, dass das ein Haufen Arbeit ist, und zwar mehr, als ihr euch jetzt wahrscheinlich noch vorstellen könnt. Weil, was bedeutet das denn? Wenn ich, die meisten von euch arbeiten, die meisten von euch studieren oder sonst irgendwas, haben eine Hauptbeschäftigung. Wir haben zum Glück relativ wenig Arbeitslose in München. Und das heißt, wir haben nicht mal viele Leute, die eh nichts zu tun haben, sondern die müssen, ja, sich abwechseln, Urlaub nehmen, halben Tag mal Urlaub nehmen, und so weiter. Also, das ist enorm schwierig. Und wir haben das gesehen bei der Unterschriftensammlung, die wir auf dem freien Feld gemacht haben, also, was heißt freies Feld? An der Isar. Selbst da waren relativ wenig Leute unterwegs von uns. Also, ich habe aktiv wahrgenommen in München vielleicht 20, 30 Leute, die wirklich Power gegeben haben beim Unterschriftensammeln. Mehr waren das nicht. So, und wenn ich jetzt dann wieder rechne, 20, 30 Leute, die sich aktiv einbringen bei der Unterschriftensammlung an diesen Eintragungsstellen, dann könnt ihr mal hochrechnen, wie lange müssen die da stehen? Wie lange muss jede einzelne Person stehen? Unter 1 bis 2, also, sagen wir mal, 10 Tage, unter 10 Tage kommt hier niemand raus. Und zwar 8 Stunden. Nur mal das Verinnerlichen, bitte. War keine Frage. Nächste, bitte. Also, ich habe schon eine Frage, und zwar, warum kommt ihr heute erst mit diesem Antrag? Ich muss auch sagen, ich bin ja aktiv bei der AG Kommunalpolitik. Ich finde den Vorschlag schlecht, weil das ist eine schallende Ohrfeige für unsere Arbeit. Das will ich euch auch sagen. Und deswegen macht das für mich einfach auch keinen Sinn. Wenn wir uns als Partei verstehen, und so sehe ich das zumindest, dann müssen wir auch die Eier in der Hose haben und dort antreten. Weil sonst können wir hier den Kreisverband auflösen. Dann ist unsere komplette Arbeit für umsonst. Und das will ich nicht. Die Antwort, warum das jetzt erst kam, ist, weil ich wie der übliche Pirat eine Woche vor dem Termin schaue und dann, oh, da war ja was. Und dann stehe ich auf, ich weiß. Aber ich möchte nur dazu sagen, das ist nicht zu verstehen als irgendeine schallende Ohrfeige für die Kommunalpolitik. Keineswegs. Ich habe ja auch an keiner Stelle irgendwie gesagt, dass die Leute, die das machen wollen, irgendwie unfähig wären oder irgendwie was Schlechtes gemacht hätten. Ich habe einfach nur ein paar Zahlen in den Raum gestellt und gesagt, die Zahlen, die wir erreichen, sind kleiner als die Zahlen, die wir erreichen sollten. Glaube ich. Und Walli hat jetzt auch ein paar Zahlen noch in den Raum gestellt, die dasselbe sagen. Und das ist der einzige Grund, warum ich jetzt hier stehe. Habt ihr überhaupt mit denen mal Verbindung aufgenommen? Es war ja durchaus die Überlegung vom Kreisverband München, mit denen auf eine gemeinsame Liste zu gehen. Die haben uns abgelehnt. Das heißt, ich sehe das auch problematisch in der anderen Richtung. Die lehnen die Piraten auf der einen Seite ab. Wie wollen wir da unsere Positionen durchkriegen, wenn die uns schon im Vorfeld ablehnen? Aber wie gesagt, ich stehe auch dazu, dass wir, wenn wir die Unterschriften nicht schaffen sollten, mag ja sein, dass wir die Manpower tatsächlich nicht haben. Möglicherweise. Möglicherweise haben wir sie aber auch. Aber das werden wir nur feststellen, wenn wir es tatsächlich tun. Wenn wir es einfach so von vornherein sagen, oh, das wäre jetzt eine Blamage, dass wir das nicht schaffen. Die Blamage ist eine kleine Notiz in der Zeitungsmeldung und spätestens einem Jahr ist die vergessen. Ja, wir haben uns mit denen in Verbindung gesetzt. Wir waren auch da. Wir haben mit denen gesprochen. Ich habe den ganzen Wahlkampf über mit den Initiativen verbracht. Das heißt, ich kenne die Leute sehr gut. Und der Grund, warum sie nicht mit uns eine gemeinsame Liste aufstellen, ist der, dass sie parteifern bleiben wollen. Das kann ich auch verstehen, weil wir haben nun mal einen Ruf, ein Image, das nicht gerade positiv ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Und würde ich eine Bewegung gründen, dann würde ich sie auch parteifern gründen. Jetzt im Moment. Ich würde nicht sagen, die Piraten sind genau die Bewegungen, die meine Interessen vertreten. Und ich verstehe es voll und ganz, dass sie sich formiert haben und nicht eine gemeinsame Liste mit uns machen. Also jetzt beim Stadtrat sind Parteien drin, die üblichen Verdächtigen. Und dazu kommen noch die BIA, rechtsextreme Partei. Dann kommt die ÖDP, Bayernpartei. Diese Parteien haben es, oder BIA ist eine Wählergemeinschaft eigentlich, die haben es auch geschafft. Warum sollten wir es nicht schaffen? Ich bin vollkommen auf eurer Seite. Wenn, wir sind hier 48 Piraten. Wenn die 48 Piraten jetzt schon sagen können, so, in meinem Freundeskreis kann ich nicht 15 Leute zur Unterschrift bewegen. Jeder von denen. Wenn, wenn die das sagen können, dass sie selber, ich habe ein bisschen runtergestapelt, ich hätte auch 20 sagen können, dann hätten wir die 1000 schon fast fertig. Aber, wenn die Piraten hier, die 48, wirklich jeder für sich, wenn er, sie oder er sagt, aus meinem Freundeskreis kriege ich nicht 15 Unterschriften zusammen. Dann sage ich, gut unterstützen. Also da müssen wir uns jetzt wirklich selber fragen. Wenn wir das aus unserem Freundeskreis nicht schaffen, diese 15 alleine, dann nach da lang. Also, ich meine, wir sollen uns auch noch mal überlegen, was wir hier genau beschließen. Wir beschließen hier die Unterstützung einer Liste, die, glaube ich, jetzt genau hier drei Leute kennen im Raum. Ich weiß nicht, wer sonst hier mit dieser Liste schon mal gesprochen hat. Mir ist das zu vage. Ich möchte mich, bevor ich so einen Beschluss mit dieser Tragweite beschließe, mich erst mal mit der Liste auseinandersetzen. Und ich kann so einem Antrag nicht zustimmen, wenn ich mich nicht mit der Liste auseinandergesetzt habe. Wir wissen alle, was das für Effekte hat, wenn man zum Beispiel Vorstandsmitglieder wählt, mit denen man hinterher nicht einverstanden ist. Ich sehe das bei so einer Liste noch viel krasser, den Effekt, wenn die tatsächlich missbauen und wir uns da nicht ordentlich vorher mit auseinandergesetzt haben. Also bitte lehnt diesen Antrag ab. Ich hätte tatsächlich eine Frage an euch. Ihr stellt ja den Antrag, dass wir die Hutliste unterstützen und nicht selbst auftreten. Jetzt habe ich die Frage von der Hutliste, von diesen Leuten. Ist irgendeiner, habt ihr irgendeinen gefragt, ob er vielleicht hier bei der Versammlung mal vorbeikommen will? Sehr schön. Und vielleicht uns was über die Hutliste erzählen will, bevor wir uns hier in Fragen aufwühlen. Das würde ich mir wünschen. Achso, also ich bin ja von euch als Vorsitzender gewählt worden. Also ich tue mir unheimlich schwer mit diesem Antrag, sage ich gleich. Ich bin als Vorsitzender gewählt worden, um die Interessen der Piratenpartei im Kreisverband bestmöglichst zu vertreten. Und das heißt natürlich, dass wir als Partei in den Stadtrat ziehen. Und deswegen kann ich den Antrag so auch nicht unterstützen, weil das kommt viel zu spät. Und wenn wir jetzt einfach sagen, wir treten nicht an, dann ist per se, habe ich das, wofür ihr mich gewählt habt, einfach nicht vertreten. Ich höre jetzt aber trotzdem nicht auf, zu reden, sondern muss auch sagen, als ich vor drei Jahren in die Partei eingetreten bin oder vor zwei Jahren, habe ich das ja nicht gemacht, weil ich per se politische Parteien geil finde, sondern weil ich gewisse politische Ideale und Überzeugungen habe. Und muss tatsächlich auch sagen, dass wenn ich jetzt zu diesem Moment jetzt anfangen würde, mich politisch zu engagieren, wäre ich vermutlich nicht hier, sondern bei der Hutliste. Weil ich da unheimlich viele idealistische, bestens verletzte Leute sehe. Und das sehe ich bei uns. Und da sehe ich meinen Versagen als Kreisvorstand. Und wenn ihr nach dem Redebeitrag könnt ihr gerne mal den Rücktritt fordern. Ja, das ist mein Ernst. Nein, also es gibt die AG Kommunalpolitik, das ist toll. Die ist toll, die haben tolle Arbeit gemacht. Aber sind wir mal ehrlich, das sind fünf Leute von 1300 Mitgliedern der Beratenpartei. Und wir haben aus meiner Sicht in der Vergangenheit versagt, weil wir es nicht geschafft haben, uns kommunal zu vernetzen. Das hat diese andere Liste. Ich sehe es jetzt trotzdem noch so, dass wir dieses Versagen aufholen können, indem wir jetzt eben einen Piratenstadtrat reinwählen, der dann eben die fünf Jahre Zeit hat, uns zu vernetzen. Deswegen weiß ich immer noch nicht, wie ich zu diesem Antrag stehen soll. Aber, ja. Ja, zwei Dinge. Einmal noch zur Unterschriftensammlung und dann nochmal meine persönliche Meinung. Zur Unterschriftensammlung wurde vorhin gesagt, wer hier nicht 15 Freunde so bringen kann. So, das hat uns auch der Erik mitgeteilt, oder das fand ich sehr interessant, dass die natürlich versucht haben, ihre Familien und Freunde, Arbeitskollegen und so weiter, dazu zu überreden, geht doch mal bitte aufs Rathaus. Das Problem war, zu der Zeitpunkt, wo sie das als Hauptthema getrieben haben, haben sie in einer ganzen Woche zehn Unterschriften gekriegt. Es hat nicht funktioniert. Also, weil die Hürde offenbar auch zu hoch ist, dass jemand sich extra bequem da hinzugehen. Und das Einzige, was geholfen hat, um es nochmal zu sagen, war, Präsenz zu zeigen auf der Straße und die, die da eh vorbeilaufen, da rein zu kicken. Das ist scheinbar das Einzige, was hilft. So. Ergo, das mit den Freunden funktioniert nicht. Ich möchte einfach nur ein Experiment machen mit euch. Und um da auch wieder ein bisschen Drive reinzukriegen, eure Überzeugungen zu sehen. Zehn Tage. Ich habe ungefähr ausgeführt, dass jeder hier in diesem Raum ungefähr zehn Tage lang diese Unterschriftensammlung für eine, sagen wir mal, deutliche Stundenzahl, sagen wir mal, fünf Stunden betreiben. Ansonsten wird es nichts. Und jeder, der jetzt diese sagt, ich mache da zehn Tage, fünf Stunden, steht bitte jetzt auf. So, jetzt zählen wir das mal. So, 23, 23 durch vier, durch vier ist... Fünf, sechs, sechs, sechs Teams. Sechs, fünf, 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 wie lange brauchen wir das jetzt? Tausend Stunden. Tausend Stunden. Ja, ja. Und bei 16? Also, 160 Stunden. Okay, bei der Anzahl hat der Alex gerade überschlagen und der ist ja immerhin Doktorand der Physiker, was ich mit Mathematik auskenne. Ähm... Ja, also bei der Personenanzahl muss jeder von euch, der jetzt aufgestanden ist, wenn es nicht mehr werden und wir sind nun mal hier der aktive Kern im Moment, muss jeder von euch wahrscheinlich 150 Stunden erbringen. 150 Stunden. So, jetzt meine Meinung. Ich bin auch in eine Partei eingetreten, weil mir Ideale wichtig sind und weil ich ein politisches Ziel habe. Ich habe aber über die Zeit gelernt, dass auch als Partei man eigentlich in einen Wettstreit eintritt, der nicht nur sachlich ist, sondern der auch das Wort Politik beinhaltet und Max Weber hat, also ein bisschen Politikphilosophie jetzt, aber Max Weber hat gesagt, dass Politik eigentlich gleich Macht ist und Macht bedeutet, dass man als Partei alles versuchen muss, notfalls mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und wenn es halt scheitert, dann scheitern wir halt und dann müssen wir danach gucken, was passiert oder wie wir danach weitermachen. Die Toten zählt man nach der Schlacht und deshalb, ja, lasst es uns versuchen. Also zum ersten Mal zum Unterschriften sammeln, also man muss ja nicht unbedingt zehn Stunden am Tag vor irgendeinem Rathaus stehen. Moment, lass mich ausreden, sag nicht ja. Es geht ja genauso gut, dass ich 15 Leute zum Frühstück einlade und anschließend mit denen im Konvoi zum Sonntag zum Rathaus fahre, zum Beispiel. Also ich würde es einfach mal probieren, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich hier ein bisschen überrollt, überfahren. Es hätte genügend Möglichkeiten gegeben, vorab ein Treffen zu machen, zu informieren und warum, ich sehe auch im Moment gerade die Notwendigkeit nicht ein, die Hutliste zu unterstützen, wenn sie sowieso nicht mit Parteien zu tun haben möchte, obwohl ich mich frage, warum, weil sie wird ja dann eine Partei werden, wenn sie einzieht. Also das ist für mich gerade mal ein bisschen schizophren, paranoid. Also in der Politik geht es ja pragmatisch zu, insbesondere in der Kommunalpolitik. Was ich mir vorstellen könnte mit der Hutliste ist, wir haben ja nachher einen Tagesordnungspunkt, der heißt OB-Kandidat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man sich überlegt, eventuell den Kandidaten der Hutliste bei der OB-Wahl zu unterstützen und wir selber keinen aufstellen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber im Grunde die eigene Liste nicht zu machen, ist das Armutszeugnis und dann sollten wir die Parteiarbeit hier einstellen. Das will ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank. Kurze Unterbrechung. GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Wer ist für die Schließung der Rednerliste? Ich bitte um Handzeichen. Das macht ihr dann in der Schlussrede. Also dass ihr vorstellt, würde ich jetzt sagen. Ich habe ja noch das Schlusswort vom Antrag. Wer ist gegen die Schließung der Rednerliste? Dann wäre es sich jetzt noch, vielen Dank, wer sich jetzt noch an die Rednerliste anschließen möchte. Drei, zwei, eins, Rednerliste ist geschlossen. Vielen Dank. Diese Unterschriftensammelei ist eine Demokratiehürde, die geschaffen worden ist, damit die Leute unter sich bleiben können. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass wir das unterstützen sollten und auch nicht, dass wenn wir scheitern, dass wir scheitern, sondern dass ein Stück Demokratie scheitert. Und die haben wir aber nicht gemacht, die Hürde. Die haben die anderen so gelegt. Deswegen finde ich es keine Schande zu scheitern und etwas gar nicht erst zu versuchen, finde ich etwas problematischer. Niki hat mir eben noch zugeflüstert, auf dem Bundesparteitag wird es einen Aufruf geben, uns bei der Unterschriftensammelei zu helfen, dass auch andere Bundesländer zu uns kommen. Vielen Dank. Danke. Es gibt seit fünf Jahren eine neue Partei in München, der Stadtrat, das sind die Freien Wähler. Die Freien Wähler haben vor fünf Jahren auch die Unterschriften sammeln müssen und wie ist es unter anderem über die Bühne gegangen, da stand ein Mann, der jetzige Stadtrat Johann, Altmann stand vom Rathaus, ganz normal angezogen, hatte eine normale Verkehrssicherungsweste an der Orange, ohne Aufdruck und wenn jemand vorbeigegangen ist, dann hat er ihn angesprochen, unter anderem auch mich. Und ich ging dann rein und habe unterschrieben und dann war aber von mir eine Schlange mit fünf oder sechs Leuten, die warteten auch auf die Unterschrift. Das heißt, wenn man sich dementsprechend richtig auch als Einzelner engagiert, da kann ich mir zum Beispiel schon vorstellen, ich zum Beispiel im Passing vom Passinger Rathaus, dass ich einige Leute dazu bringe, dass die für die Piraten unterschreiben. Und darum würde ich auf alle Fälle sagen, wir probieren es, weil wenn wir es nicht probieren, auf gut Deutsch gesagt, dann können wir gleich zusperren. Danke. Danke. Mir schließt sich nicht der Sinn, warum wir uns als Partei eine Liste anbiedern sollten, die uns überhaupt nicht will und um Liebe betteln. Wir sind als Partei auch in München sehr mitgliederstark im Vergleich zu anderen Organisationen, auch die zum Teil mehr Prozent geholt haben. Wir haben sehr viele Mitglieder für unser Wahlergebnis. Wir sollten das versuchen und statt hier drei Sätze aufzustellen, wir brauchen so viele Kandidaten für so viele Unterschriften. Wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es nicht. Wir haben uns aber nicht selbst aufgegeben. Die Frage, warum wir diese Unterschriften nicht bekommen, die Frage, warum wir es nicht schaffen, genug Leute ins Rathaus zu ziehen, lösen wir nicht, indem wir mehr Leute dort hinstellen. Die lösen wir nicht, indem wir mehr Präsenz zeigen, sondern die lösen wir, indem wir unsere Außendarstellung ändern, sodass diese besser wird, sodass wir es schaffen, pro angesprochenen Bürger mehr in das Rathaus reinzubringen. Wäre das nicht der bessere Weg? Gut. Also wir haben jetzt gehört, wie schwer das ist mit dem Unterschriften sammeln. Die einzige Frage, die jetzt noch nicht beantwortet ist, die Hut hat das ja auch noch nicht geschafft. Werden die das schaffen? So. Dann Schlusswort. Vielleicht noch mit Vorstellung. Okay. Cool. Also bevor ich weiterrede, ich will nur nochmal betonen, dass es mir mehr weh tut, als euch hier zu stehen und das zu verlangen. Aber ich mache das nicht, weil ich euch alle blöd finde, sondern weil ich nicht denke, dass als Partei hineinzukommen unbedingt das Allerwichtigste ist, sondern dass die Inhalte auch irgendwie für mich noch immer wichtiger sind. Und wenn ich hier stehe und sage, ich glaube, mit der Hutliste können wir unsere Inhalte eher reinbringen, dann ist das nicht böse gemeint. Also zusammengefasst, ich glaube, es ist eine falsche Dichotomie, dass man sagt, wenn wir nicht antreten, dann haben wir aufgegeben, weil man kann auch auf anderen Wege politische Änderungen in einem Stadtrat herbeiführen, auch wenn man vielleicht nicht mit dem eigenen Label drin ist. Ich meine, die Hutliste, die muss ja auch noch aufgestellt werden und wer weiß, wie sie dann genau ausschaut. Ja, ich würde sagen, stellst du jetzt ein bisschen vor, Wolfgang? Okay. Hallo, mein Name ist Wolfgang Zeil und Verrat. Ich bin Vorsitzender der Wählergruppe Hut München. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, hier sprechen darf und erst mal zu der Demokratie. Ich erlebe hier wirklich eine eigentlich eine wundervolle Form der Demokratie. Hier wird sich auseinandergesetzt mit dem Thema, sachlich und alles. Und warum ich hier nicht bis jetzt oder auf die Paraden zugegangen bin, ich bin eigentlich auf wenige Parteien überhaupt zugegangen. Ich hatte am Anfang so, das kümmern die drei großen P's, lasse ich ganz raus. Parteien, Presse und Polizei. Die Presse ist auf mich zugekommen, jetzt kommen auch die Parteien und ich finde es auch schade, ich spüre auch so, dass die Paraden so am Rande rumdümpeln und ausgeladen werden. Also es war letztes Mal eine Podiumsdiskussion, beim Kreisjugendring hat es geheißen OB-Kandidaten und es waren von der SPD und von der CSU Stellvertreter da, der, denke ich mal, Kanzlergewicht, wie die Partei der Beraten, es ist, auch dort vertreten sein. Soviel dazu kurz. Jetzt zur Wählergruppe Hut. Wir, wir sind zurzeit 16 Mitglieder, insgesamt davon sind aktiv, glaube ich, acht gerade eben, entweder Krankheit oder Urlaub oder sonst was oder Arbeitsüberlastung, also noch sehr, sehr wenige. Wir verstehen uns prinzipiell deswegen als Wählergruppe und nicht als Partei, weil wir versuchen, ein Netzwerk über das Internet, aber auch wirklich im Real-Life damit aufzubauen. Wir gehen dorthin, wo die Probleme dieser Stadt am deutlichsten auftreten, dort auch schon erfasst sind über die Initiativen. Mit der Wähler, äh, mit der, mit dem Bündnis bezahlbaren Wohnen, das ist schon ein Bündnis von Initiativen sind wir sehr, sehr gut für die Initiativen. Das ist schon ein Bündnis und das ist schon ein Bündnis mit dem Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich habe eine erste Frage. Hast du dich mit unserem Kommunalprogramm oder mit dem, was wir wirklich politisch umsetzen wollen, auseinandergesetzt? Und wenn ja, siehst du da irgendwelche Diskrepanzen, wo du sagst, diese Themen, die die Piraten vertreten, die sind Themen, die wir in unserer Organisation so nicht vertreten? Also prinzipiell ist es für alle Themen offen. Und dann, was wir ablehnen, ich sage es immer, Menschen entwürdigend, gruppierend, da zähle ich alles, was so radikal rechts ist, also politisch motivierten Radikalismus. Das kann auch religiös motivierter Radikalismus sein und da ist es uns egal, aus was für einer Glaubensrichtung das kommt. Das ist so meine Dinge. Mit dem Piraten habe ich mich anfangs auseinandergesetzt, wie es zur Themenfindung gegangen ist und ich fand, da war es ein Fehler der Piraten. Also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, dass sie von allen die Meinung geholt hat. Das ist, glaube ich, wo ich es anders probiere, schon so einen Filter vorab einzubauen, das sind die Initiativen. Die sind direkt vor Ort, die reden um ihr Problem und es gibt nicht jeder sozusagen sein Senf zu jedem Thema. Ich möchte vorher so einen kleinen Filter drin haben in dieser Vernetzungsarbeit und das sind die Initiativen. Ansonsten sehe ich eine große Auseinandersetzung mit allen Themen, die in dieser Gesellschaft wichtig sind. Auch die Lösungsansätze orientieren sich an der Praxis, sind pragmatischer wie bei den anderen Parteien und im Detail, muss ich sagen, hatte ich noch nicht die Zeit. Aber der Grobe, ich denke, da sind ganz, ganz, ganz viele Überschneidungen da. Also was ich so raushöre, ist ja, die Hürden, die wir demnächst aufgestellt bekommen werden, habt ihr auch zu bewältigen. Also das heißt, es ist noch lange nicht garantiert, dass ihr auch die tausend Unterschriften schafft. Und daher, was macht dich denn so sicher, dass wir dann zusammen erfolgreich sein würden? Erste Frage. Zweite Frage. Du hast ja von Initiativen gesprochen. Also meine Parteifreunde haben auch immer von Initiativen gesprochen, aber zusammengearbeitet haben wir eigentlich nie mit denen. Aber sind die Initiativen hinter euch? Sind die für euch? Welche großen Initiativen wären das? Die dritte Frage wäre, es besteht ja auch die Möglichkeit, bitte berichtigt mich, Nicht-Piraten-Mitglieder auch in die Staatsratsliste aufzunehmen. Besteht die Möglichkeit, dass ihr zu uns kommen könntet? Danke. Möchtest du gleich darauf antworten? Also die unangenehmste Frage, das war die letzte zuerst. Also nein, wir wollen nicht zu dem Terraten kommen. Zu den ersten Fragen, ja, wir haben nicht diese tausend Unterschriften noch vor. Was mich so sicher macht, ich bin vor einem Jahr eigentlich mit einer Idee eingestiegen. Und auch mit so einer Grundidee, mit so einer Grundstruktur, dass man das auch mal ein bisschen anders angeht. Nicht über eine Partei, über die Initiativen. Wie kann man das organisieren? Ich war damals alleine mit einer Idee, habe mit Freunden geredet, habe eine Wählergruppe. Wie das gewachsen ist und was das jetzt für eine Dynamik aufnimmt, das macht mich sicher. Das Zweite, die Mitarbeit mit den Initiativen. Wusste ich anfänglich auch nicht, ob es klappt. Ich bin halt durch die Stadt gelaufen, war auf so Vernetzungstreffen und ich habe bis jetzt noch keine, jetzt muss ich sagen, nicht städtisch geförderte Initiative gefunden, die dem gegenüber gestanden ist. Schwierig wird es bei Initiativen, die Fördergelder von der Stadt bekommen. Und da merkt man auch schon, da ist der finanzielle Druck da. Also nur nochmal klarzustellen von vorhin, also ob es Themen gibt, die die Piraten vertreten und ihr unter keinen Umständen unterstützen könnt, können wir jetzt nicht sagen, weil es da die Auseinandersetzung nicht gab. Auf der anderen Seite haben wir gehört, es sind bei euch acht Leute aktiv, korrekt? Und das wären auch die acht, die Unterschriften sammeln. Oder wie viele kommen da, um Unterschriften zu sammeln? Wie stellt ihr euch das vor, diese Listen zu rechnen? Weil wir haben hier Rechnungen gehört von, wie viele Stunden wir uns da beschäftigen müssten und wie viele Leute zum Rathaus gehen müssten, um Leute reinzuschubsen, da was zu unterschreiben. Und das würde ich gerne auch von euch wissen, wenn wir eine Hutliste unterstützen sollen, wie ist denn da die Vorbereitung? Wie ist denn da der Aufbau? Wie sieht es denn da aus? Wie wollt ihr das organisieren, um eure Unterschriften dafür zu schaffen? Ja, also 18 Mitglieder, ich denke, dass sozusagen der Unterstützerkreis ist wesentlich größer momentan. Es ist momentan mit den Mitgliedern auch so, das hängt halt alles wie üblich mit der Organisation, mit der Administration, wofür man eigentlich wirklich auch nicht viele Mitglieder braucht. Das hängt mit dem Briefkopf-Layout. Ich warte da lieber, bis alles fertig ist. Und das war auch so ein Mitgliederbeschluss. Wir warten erstmal, bis mal so eine Grundstruktur steht, dass wir auch so das alles verwalten können, aufnehmen können. Und entwickeln Konzepte in dieser Zeit. Ich denke, dass wir nächste Woche aktiv in die Mitgliederwerbung reingehen werden. Also was heißt aktiv, mir ist es echt lieber, Leute engagieren sich in Initiative, als dass Mitglied bei der Wählergruppe gut werden, weil das finde ich für die Stadt wichtiger. Aber wenn sich jemand politisch engagieren will, ist er bei uns gerne willkommen und kann auch von mir aus doppelte Parteien, also es kann gern auch ein Pirat bei uns Mitglied werden. Also das ist, ohne dass er das andere aufgibt. Das ist für uns oder für mich jetzt momentan auch kein Problem. Was war jetzt noch? Wie ihr das konkret plant, zu machen mit den Unterschriften? Mit den Unterschriften gibt es momentan bloß so einige Sachen, die wir angedacht haben. Vorhin kam das auch mit dem Kaffeekränzchen, das ist auch so eine Idee. Bei uns hieß es dann mal Weißwurstfrühstück. Das ist halt dann so wieder männertypisch. Wo man eigentlich sagen muss, wir sind mit Frauen wirklich unterrepräsentiert. Aber das denke ich, wird sich auch ändern, weil mein Beraterstab hauptsächlich aus Frauen besteht. Aber das Zweite ist wirklich, hier hat man so rein, man muss sich einfach Aktionen überfallen lassen. Ich bin da sehr recht gut vernetzt, auch über meinen Beruf als Zähnewirt, habe auch in die Kultur... ...hegen die Schließung der Rednerliste. Keiner, damit einstimmig angenommen. Bitte, wer jetzt noch Fragen hat, bitte gleich anstellen. Drei, zwei, eins, Rednerliste ist geschlossen. Servus, ich bin der Peter, ich habe zwei Fragen an dich. Die erste Frage ist, warum bist du mit uns Kalistengemeinschaft eingegangen? Und die zweite Frage ist, warum kommst du dann jetzt auf uns zu, wenn du erst Nein sagst? Direkte Frage. Also ich muss sagen, ich bin auf euch jetzt zu. Ich habe es erfahren von Wolfgang, der so weiter die Sitzung ist. Er hat mich jetzt nicht direkt eingeladen, ich habe mich aber angekündigt, dass ich gekommen bin. Ich wollte mich jetzt nicht auftragen, das war auch Gäste. Wenn ihr die Gäste abgelesen habt, wäre ich auch sofort wieder gegangen. Und das zweite, ich hatte momentan auch nicht groß die Zeit, mich jetzt als sowas auf Parteien zugehen und zurückziehen. Ich habe genug zu tun gehabt, sozusagen das Wohnungsproblematik, bezahlbares Wohnen, die Initiativen sozusagen einzubinden, zu faszinieren von dieser Idee, was kann ich von denen übernehmen, was finden die schlecht. Auch die Auseinandersetzung mit dem bezahlbaren Wohnen war mir jetzt in letzter Zeit wichtig. Es ist auch jetzt erst, seit die Presse auf mich gestoßen ist, wurde es erst in die Breite. Das ist sozusagen mein erster Kontakt. In so einer Runde war ich weder bei der CSU, SPD, FDP oder sonst wo. Also zusammenfassend möchte ich festhalten, wir haben eine Gruppe aus acht Personen, die etwas können, was bei uns Piraten etwas unterentwickelt ist, nämlich ihr seid hervorragend vernetzt mit verschiedenen Initiativen. Das ist erstmal ein Riesen-Plus-Punkt. Auf der anderen Seite kommt ihr als acht Personen auf eine Gruppierung, wo wir jetzt 40 Leute im Raum sind, zu und sagt, unterstützt uns, denn ihr zu 40, so klingt das für mich. Ich weiß, du schüttelst den... Sie haben nichts gemacht, das ist unser Ernst. Ich weiß, ihr seid jetzt hier. Ich bin auch dankbar, dass ihr... Ich bin euch zwei dankbar, dass ihr uns diese Option hier und diese Diskussion zur Verfügung stellt. Aber dann führ deine Aggression nicht gegen... Es ist keine Aggression, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr dankbar, dass du da bist. Ich sage nur, für mich ist es eine Feststellung, dass wir hier eine große Gruppe sind und eine kleine Gruppe auf uns in dem Sinne dazukommt. Und ich finde das sehr, sehr positiv und ich finde, da kann man langfristig sehr, sehr viel zusammenarbeiten. Da können Piraten bei Ihnen mitmachen. Da können die auch bei uns mitmachen und bei uns in den AGs mal gucken, wie wir da auch bei den Piratenpositionen finden können, die da zu mehr Übereinstimmungen finden. Für heute finde ich es ein bisschen schade, dass es so spät ist. Aber ich freue mich und bin nochmal herzlich dankbar dafür, dass du hier hergekommen bist und dass ihr uns das zur Verfügung stellt. Ich bin mal wieder der Letzte hier. Zum einen möchte ich mich auch bedanken, dass du hier bist und ich finde auch die Initiative von Alex gut. Ich finde sie viel zu spät. Ich habe mich mit euren Themen von der Hutliste beschäftigt und ich finde die auch sehr, sehr gut. Der Zeitpunkt passt eben nicht. Und ich finde es nicht in Ordnung, nachdem wir jetzt in der Partei innerhalb schon diskutiert haben, wollen wir denn eine gemeinsame Liste mit jemand anders machen, wollen wir selber antreten und haben eigentlich gemeinschaftlich beschlossen, wir werden alleine versuchen, eine Liste aufzustellen. Ob wir das schaffen, wird sich zeigen. Ich bin überzeugt, wir schaffen es. Grundsätzlich, finde ich, sollten wir mit der Hutliste zusammenarbeiten, speziell auf kommunaler Ebene. Hier gibt es extrem viele Vernetzungspunkte. Auch euer Fachwissen ist sehr, sehr gut. Aber zum heutigen Zeitpunkt eine Unterstützung der Hutliste finde ich eigentlich falsch. Wir sollten das machen, was wir beschlossen haben und sollten es auch gemeinsam durchziehen. Wie es dann später ausschaut, wo wir gemeinsame Verknüpfungspunkte finden, können wir immer noch besprechen. Im Moment sollten wir unsere Liste aufstellen und gemeinsam Stimmen sammeln und das Ganze auch durchziehen. Vielen Dank für die Aussprache zum Thema. Dann nochmal das Schlusswort von euch, wer von euch dreien möchte. Möchtest du noch ein Schlusswort sprechen? Also ich will mich jetzt wirklich nicht in eure Entscheidung einmischen und das war auch nie meine Absicht. Meine Absicht war wirklich das, was wir wollen, einfach mal darzustellen, das euch näher zu bringen und vielleicht auch damit eine Unterstützungshilfe gibt, das es euch gibt. Und auf alle Fälle möchte ich mich bedanken dafür, dass ihr mir hier die Chance gegeben habt, zu sprechen. Danke. So, vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag. Der Antrag lautet, die Kreismitgliederversammlung möchte beschließen, keine eigene Liste zur Stadtratswahl einzureichen, sondern stattdessen die Hutliste zu unterstützen. Wer stimmt für diesen Antrag, ich bitte um Zeichen. Wer eine Stimme ist dafür? Wer stimmt gegen diesen Antrag? Das ist die nahezu komplette Mehrheit. Vielen Dank. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Vielen Dank. Nächstes Thema. Okay. Nächstes Thema ist Aufstellung eines Oberbürger als der Kandidaten. Noch ein organisatorischer Hinweis, bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Wir brauchen hier für Kandidaten, die sich heute in der Aufstellungsversammlung aufstellen lassen möchten, die Formulare. Die beiden, das Formular, mir ist so schön, Passierschein A38, den der Dietmar gebastelt hat. Und wer also kandidieren möchte, möchte sich bitte zum Dietmar begeben, dort die Unterlagen abgeben. Und das Zweite ist, wir brauchen die Anwesenheitsliste. Das heißt, jeder, der hier akkreditiert ist, muss hier in der Liste als Anwesen eingetragen werden. Das brauchen wir für den Nachweis der Aufstellungsversammlung. Wer das noch nicht gemacht hat, auf der Liste von der Tine unterschrieben, bitte mit seiner Stimmkarte zur Tine und das bitte umgehend nachholen. Vielen Dank. Tine, gibst du die Zahl der Stimmberechtigten an die Claudia bitte weiter für das Protokoll und mir auch, dann gehen wir es nochmal offiziell durch. Okay, nächster Tagesordnungspunkt. Aufstellung, können wir wieder alle uns sammeln und weitermachen? Aufstellung eines Oberbürgermeisterkandidaten für München. Antragsteller ist der Vorstand des Kreisverbands München. Wer möchte den Antrag vorstellen? Antragsteller ist der Vorstand des Kreisverbands München. Wer möchte ihn vorstellen? Ja, dieser Antrag ist halt einfach gedacht, um euch die Basis entscheiden zu lassen. Also das ist diskutiert worden, auf Stammtischen, im Vorstand. Ja, und ich glaube, ich will das jetzt gar nicht vorstellen, also der Antrag ist jetzt nicht, dass der Vorstand sagt, wir müssen einen OB-Kandidaten aufstellen. Der Antrag sagt auch nicht, wir müssen keinen OB-Kandidaten vorstellen, sondern will einfach eure Meinung wissen. Und ich selbst würde mich jetzt, ja, oder ich möchte halt das dann beschließen. Also die Basis soll das beschließen. Wir können, also ich will ihn jetzt aber nicht inhaltlich vorstellen, weil ich selbst jetzt als Vorsitzender will ich einfach die Meinung der Münchner Basis, ob wir eine OB-Kandidaten aufstellen. Und ich möchte einer etwaigen Debatte jetzt nicht vorgreifen. Deswegen, also ich stehe für Fragen da. Gibt es Beiträge dazu? Geschäftsordnungsauntrag? Okay, es gibt einen Geschäftsordnungsantrag auf dem Meinungsbild. Wer über diesen Antrag, was möchtest du genau? Okay, wer würde diesem, meine Anfrage auf Meinungsbild, wer diesem Antrag zustimmen möchte, wer ist für diesen GO-Antrag? Okay, machen wir gleich das Meinungsbild. Wer ist dafür, dass wir über diesen Antrag, wer kann sich vorstellen, für diesen Antrag zu stimmen? Bitte um Handzeichen. Wer kann sich vorstellen, dass er gegen diesen Antrag stimmt? Das ist eine Mehrheit gegen diesen Antrag. So, nächstes Thema. Wer möchte über den Antrag diskutieren? Ja, dann bitte Fragestellung, Rednerliste. Nummer eins in der Schlange. Als politische Partei nehmen wir an der Willensbildung teil. Das tun wir in Bundesthemen, das tun wir in Landesthemen, das wollen wir runter tun bis in die Kommunalthemen. Wir müssen die Sache realistisch sehen. Natürlich ist es sinnfrei zu glauben, dass wir dieses Oberbürgermeisteramt mit einer nennenswerten Präsenzahl in der Wahl beenden können. Aber durch einen Kandidaten zeigen wir Präsenz. Wir bekommen durch diesen Kandidaten auch in der Presse, auch in der Öffentlichkeit die Gelegenheit zu zeigen, auch wir haben kommunale Themen. Wir sind nicht nur eine Internetpartei, wir sind nicht nur eine Computerpartei. Wir haben auch kommunale Themen, die haben wir in unserem Kommunalprogramm. Ein Oberbürgermeisterkandidat ist das geeignete Vehicle, diese Themen zu transportieren, in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und damit auch in der Außendarstellung ein anderes Standing zu bekommen. Also ich habe vor zwei Jahren noch, als wir am Stammtisch am St. Martinsplatz hatten, vehement darum geworben und diverse Leute angesprochen, dass wir ja dann nächstes Jahr 2014 Kommunalwahl haben und dass wir doch einen OB-Kandidaten brauchen. Ich habe mich dort auf Suche nach möglichen Kandidaten seitdem begeben und habe damals leichtsinnigerweise gesagt, im Zweifel, wenn wir keinen finden, würde ich es machen. Heute bin ich soweit angelangt, dass wir wohl das nicht zustande bringen. Und wenn ihr von einer guten Vereinigung haben wollt, dann könnt ihr für die gleich mit unterschreiben. Und ich finde, wir sollten mit allen Leuten zusammenarbeiten, die auch unsere Ziele unterstützen. Und warum sollen wir hier nicht einen OB-Kandidaten unterstützen, der auch was Gutes will? Einfach, um ein bisschen in der Presse auch zu sein. Für uns halte ich es nicht für sinnvoll, aber da, glaube ich, hätten wir einen ganz guten Kandidaten sitzen. Vielen Dank für die Wortbeiträge. Die Rednerliste ist geschlossen. Vielen Dank. Damit kommen wir letztendlich zur Abstimmung über diesen Antrag. Und zwar die Kreismitgliederversammlung möge beschließen, dass der Kreisverband München einen Oberbürgermeisterkandidaten aufstellen soll. Wer stimmt für diesen Antrag? Ich bitte um Handzeichen. Eine, zwei, vielen Dank. Wer stimmt? Drei, habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Drei Gegenstimmen. Wer stimmt dagegen? Die große Mehrheit. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Vielen Dank. Drei dafür und der Rest Gegenstimmen. Hast du mir die aktuellen akkreditierten Zahlen? Hinweis von der Orgos sind momentan 41 Akkreditierte im Raum. Oder es sind 41 akkreditiert. Nächster Tagesordnungspunkt, Dietmar. Der Antrag ist eigentlich keine Sensation und keine wirkliche Überraschung. Ja, Moment, Moment, ich mache ja alles. Wir gehen nächstes Jahr in die Kommunalwahlen und die Europawahlen. Und die aktuelle Amtszeit des Vorstands wäre eigentlich nach einem Jahr im April vorbei. Das ist direkt Übergang Kommunalwahl, Europawahl. Und das finden wir ein wenig ungünstig und bitten euch, unsere Amtszeit, oder zuzustimmen, unsere Amtszeit bis nach den Wahlen zu verlängern. Irgendwann im Mai, Juni. Gut, vielen Dank für den Antrag. Soll ich ihn dir vorlesen? Also für das Protokoll, dass wir den Antrag nochmal drin haben. Der aktuelle Vorstand soll bis nach der Europawahl im April 2014 im Amt bleiben. Eine Kreismitgliederversammlung zur Neuwahl des Vorstandes ist danach einzurufen. Wir müssen jetzt nur ein kleines Protokollproblem lösen. Dietmar gibt doch der Claudia das einfach auf dem USB-Stick. Wenn du ihr den Link gibst im Wiki. Okay. Wer möchte zu diesem Antrag Redebeiträge? Gibt es Redebeiträge? Gibt es Fragen zu diesem Antrag? Okay, ich sehe keine weiteren Fragen zu dem Antrag. Dann schließe ich die Rednerliste. Wenn keine Fragen da sind, dann kommen wir direkt zur Abstimmung über den Antrag. Der Antrag lautet, der aktuelle Vorstand soll bis nach der Europawahl 2014 im Amt bleiben. Eine Kreismitgliederversammlung zur Neuwahl des Vorstandes ist danach einzuberufen. Wer stimmt für diesen Antrag? Ich bitte um Handzeichen. Sehr viele, vielen Dank. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Ich bitte um Handzeichen. Zwei Gegenstimmen. Damit ist der Antrag angenommen. Damit bleibt der Vorstand bis nach der Europawahl im April 2014 im Amt. Herzlichen Dank. Das heißt, du bist schuld. Und jetzt den Rücktritten und vorne die Vorrat, oder? Genau. Gibt es noch weitere Anträge, Dietmar? Und einen Moment da. Wir haben noch weitere Anträge, aber nichts im Zusammenhang mit AV oder der Organisatorischen. Das sind reine Positionsverkehrer vergangenen Fragen. Ich beantrage, diese Anträge zu vertragen und zwischendurch eine Aufstellungsversammlung reinzulegen. Okay, es gibt den Antrag, dass wir die Mitgliederversammlung an der Stelle unterbrechen und letztendlich dann zur Aufstellungsversammlung übergehen. Wer ist für eine Unterbrechung? Bitte um Handzeichen. Große Mehrheit, wie ich sehe. Wer ist gegen diese Unterbrechung? Ich bitte um Handzeichen. Keine Gegenstimme. Damit ist dieser Versammlung unterbrochen und wir gehen dann zur Aufstellungsversammlung über. So, dann bist du nicht mehr Versammlungsleiter. Dann begrüße ich euch als Vorsitzender des KV Münchens herzlich zu unserer Aufstellungsversammlung. Und nachdem wir jetzt geklärt haben, dass wir zur Wahl antreten, können wir heute sicher auch eine geile Liste wählen. Ja, das heißt, Uhrzeit um wie viel Uhr? Um 11.15 Uhr fangen wir mit unserer Aufstellungsversammlung an. 40. Ach, ihr wisst genau, das ist doch wurscht. Hauptsache, die im Protokoll wissen es. Ich hätte jetzt angefangen. Dann jetzt 11.51 Uhr. Und das heißt, wir bleiben am Anfang der Formalfuhe zu machen. Auch wenn unser Versammlungsleiter gerade ist. Ich rede extra langsam, weil der erste Schritt, den wir machen müssen, ist ein Versammlungsleiter für die Aufstellungsversammlung zu wählen. Ich schlage Klaus vor. Bleibt ruhig sitzen. Wer ist dafür, Klaus als Versammlungsleiter für die Aufstellungsversammlung einzusetzen? Ach, stimmt. Genau, Entschuldigung. Jetzt ist eben die grüne Karte für die Aufstellungsversammlung. Also auch, um das nochmal zu sagen, wo der Unterschied ist, es ist eine andere Stimmberechtigung. Grün ist jetzt die Aufstellungsversammlung. Und alle, die eine grüne Karte haben, nochmal müssen sich dringend in die Anwesenheitsliste eintragen. Wer das noch nie hat, haben das alle schon gemacht, um mal einfach so zu fragen? Okay, dann vergebe ich weiter an unseren tollen Versammlungsleiter. Vielen Dank für deine Arbeit. Dankeschön. Dann kann ich mich ja weiter als Versammlungsleiter blamieren. Damit Protokollant. Wer steht als Protokollant zur Verfügung? Gibt es hier Claudia hat sich als Protokollantin angeboten. Wer ist dafür, dass Claudia das Protokoll weiterführt? Ich bitte um Handzeichen. Die grüne Karte an der Stelle, bitte. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Keiner? Vielen Dank. Dann brauchen wir noch einen Wahlleiter und einen Wahlhelfer. Wer möchte sich als Wahlleiter anbieten? Soll ich wieder mitmachen? Okay, dann wer möchte, dass ich in Personalunion Wahlleiter und Versammlungsleiter mache? Ich bitte um Handzeichen. Wer ist dafür? Vielen Dank. Wer ist dagegen? Bitte um Handzeichen. Vielen Dank. Mir wäre es jetzt noch ganz lieb, wenn wir an der Stelle einen Wahlhelfer hätten. Zumindest einen. Gibt es jemanden, der sich dafür berufen fühlt? Ich habe da an niemanden gedacht. Wir brauchen mindestens zwei, hörig. Wer möchte helfen? Wahlhelfer. Einer. Zwei, drei hätte ich im Angebot. Auch nicht schlecht. Dann Dietmar. Thomas. Aufstehen. Namen fürs Protokoll. Wenn man mich vorsehen will. Okay. Wer ist einverstanden, dass die drei... Bitte? Tretten alle nicht an. Nein. Also zwei sind sicher nicht wahlberechtigt. Du trittst nicht an, oder? Oh, ich tritt nicht an. Du trittst an. Dann... Ich ziehe es zurück. Nichts. Okay. Dann Thomas und Dietmar. Thomas und Dietmar sind nicht stimmberechtigt. Sie sind im Kreisverband München-Land. Wer ist dafür, dass die beiden Wahlhelfer machen? Bitte um Handzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Damit als Wahlhelfer bestimmt bei keiner Gegenstimme. Wir brauchen noch Vertrauensleute, die die Liste unterschreiben. Gegenrede oder Information. Das können wir auch später machen. Und im Zweifel sind es sowieso die ersten beiden auf der Liste. Also können wir später machen. Okay. Müssen wir nicht extra bestimmen. Gut. Also wichtig nur, dass wir im Kopf halten. Wir müssen diese Listen dann von zwei Vertrauenspersonen gegenzeichnen. Weil sonst können wir die nicht einreichen. Dann sind wir bei dem Thema, weil wir ja eine neue Versammlung sind. Und Zulassung von Gästen. Wer ist für die Zulassung von Gästen? Bitte ich um Handzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Keiner. Wer ist für die Zulassung von Bild- und Tonaufzeichnungen während der Aufstellungsversammlung? Wer ist für die Zulassung? Bitte um Handzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen, dass Bild- und Tonaufzeichnungen gemacht werden? Bitte um Handzeichen. Keine Gegenstimme. Damit sind Bild- und Tonaufzeichnungen während der Aufstellungsversammlung zulässig. Kommen wir zur Vorstellung der Kandidaten. Gibt es Kandid... G.O. G.O. Abstimmung des... Der G.O. zum Wahlenmodus. Der Geschäftsordnung zum Wahlenmodus. Okay. Es gibt also eine Geschäftsordnung, die vorab veröffentlicht worden ist, die auch hier mir in ausgedruckter Form vorliegt. Ich hoffe, dass jeder diese zur Kenntnis genommen hat. Wer ist dafür, dass wir diese Geschäftsordnung für die Aufstellungsversammlung annehmen? Bitte ich um Handzeichen. Vielen Dank. Wer ist gegen die Annahme dieser Geschäftsordnung für die Aufstellungsversammlung? Keine Gegenstimme. Damit ist die Geschäftsordnung in der vorgeschlagenen Form angenommen. Nächster Punkt. Damit müssen wir einfach nochmal allen den Wahlmodus erklären. Mach du schnell, bitte. Es ist relativ übersichtlich. Wir haben zunächst einmal eine Wahl mit allen Kandidaten, wobei für jeden Kandidaten ja Nein gestimmt werden kann. Sprich, er darf für den Starttag kandidieren, sie darf es nicht. Oder umgekehrt. Dann haben wir einen Wahlgang für die ersten fünf Kandidaten. Wer für die ersten fünf kandidieren möchte, das ist jeweils auf dem Passierschein vermerkt. Diese werden in Approval-Voting in der Reihe bestimmt. Die ersten fünf kommen auf die ersten fünf Plätze. Der Rest nicht. Und dann werden die restlichen Kandidaten in der Reihenfolge bestimmt. Und ganz zum Schluss müssen wir noch einmal, wieder mit Approval-Voting, und ganz zum Schluss müssen wir noch einmal der Formalie genügige tun und die fertige Liste bestätigen. Also vier Wahlgänge, wenn alles glatt geht. Gibt es zum Wahlverfahren Fragen? Ich sehe keine weiteren Fragen zum Wahlverfahren. Dann können wir mit dem nächsten Punkt weitermachen, Vorstellung der Kandidaten. Gibt es Kandidaten, die für die Stadtratsliste in München antreten möchten? Wir müssen jetzt in irgendeiner Form eine Reihenfolge hinbringen. Dann würde ich vorschlagen, kurze Vorstellungsrunde aller Kandidaten. Wir haben eine Lostüte gezogen. Wer wann kommt, dann machen wir einfach nach dem Losverfahren die Liste. Ich mache die Losfee. Damit stellt sich dann jeder der Kandidaten entsprechend vor. Wer ist die Nummer 22? Wer ist 22? Wer weiß die Nummer? Nein, die haben noch keine Nummer. Du musst die, die müssen die Nummer ziehen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Pass auf, ich ziehe da jetzt eine Nummer und dann weiß ich, wie lang hier ist das. Ihr verwirrt mich. Jeder nur ein Los. Jeder bitte nur ein Los. Dann bitte mit der Nummer zu mir an. Dann mit der Nummer bitte an. Dann mit der Nummer zu schweigen. Dann gleich fahne ich in der Nummer. Ja, du hast schon... Ja. Viel ist nicht mehr drin. Vielen Dank. 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 Machen wir hier nicht weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Wer Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 Scheißdurchsage, man kann zur Toilette auch, wenn man rechts rum geht, die haben hinten die Tür aufgemacht, dass sich alle da vorne durchlaufen müssen. Also man kann auch rechts aus der Tür und rechts ums Haus rum, kommt man auch zur Toilette. Genau, die schämen sich für uns. Das heißt, wir können uns auch hinten rum reinschleichen. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. 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 Also, Vielen Dank. 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 eingearbeitet. Also ich wäre aber bereit und habe mich ein bisschen eingelesen und habe gedacht, oh ja, die AG Kommunalpolitik, da würde ich mitmachen, würde versuchen, kommunale Themen zu erarbeiten, aber gemeinsam mit denjenigen, die im Moment viel firmer sind als ich und da viel mehr drauf haben. Aber ich würde tatsächlich, wenn ich wieder erwarten bis hoch in die Liste schaffe, würde ich mich sehr damit auseinandersetzen und mich einbringen, dass sich da entsprechend die Themen vorwärts bringen kann. Also die Zeit würde ich dann, die habe ich und würde sie dann zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Noch weitere Fragen an den Andreas? Keine weiteren Fragen. Dann haben wir den nächsten Kandidaten, Feng Li. Bitte. Hallo, ich bin der Feng Li. Ich habe jetzt gerade massiven Lampenfieber, weil ich vor einer Runde spreche, die ich kaum kenne. Einige kenne ich relativ gut seit drei Wochen. Danke. Das denke ich auch, aber ich beiße mich selber. Ja, ich bin Neupirat. Ich bin seit drei Wochen aktiv dabei, halbwegs aktiv dabei. Ja, ich war so stolz, mich gleich für das Landesschiedsgericht, wie ihr hier auch lesen könnt, auch für den Stadtrat und auch noch für die Top 5 zu bewerben. Ich bin ein bisschen frech in dieser Hinsicht vielleicht. Aktivpirat bin ich, wie gesagt, seit drei Wochen. Mitglied seit Anfang 2012 im März. Ja, was mache ich eigentlich hier? Ich weiß gar nicht, was ich als Stadtrat genau mache. Das ist auch nicht das Hauptding, sondern mir geht es darum, ich will was bewirken und ich denke, man kann im Stadtrat auf jeden Fall was bewirken und ja, ich bin kein Stadtrat, ich war noch nicht Stadtrat, ich bin politisch nicht besonders aktiv. Was ich gut kann, ist zuhören und zu einem mitentscheiden, was man dann, welchen Weg man gehen kann. Ich höre gerne zu, muss ich auch in meinen Job und ja, wie soll ich so argumentieren? Also, ich bin ein bisschen verrückt, denke ich mal, auf jeden Fall, wenn man sich das mal vorstellt. Ja, äh, ich hoffe auf eure Unterstützung und hoffe, also, ich wäre gerne in der Liste, ich weiß nicht, ob ich dafür politisch wirklich geeignet wäre, aber ich sage mal so, Aufgaben kann man sich nur stellen und, äh, 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 wirklich gut erledigen, kommt mit der Zeit. Danke. Vielen Dank. Gibt es direkte Fragen anfängen? Ich sehe keine. Der nächste Kandidat ist, äh, Dorian Popper. Bitteschön, dein Einsatz. Ja, hallo, ich bin Dorian Popper, äh, Internet als Nice Bastard bekannt, da ohne Bart. Äh, ich bin Journalist, Türsteher, mache Fahrgastzählungen und Befragungen beim MVV, habe eine 92-jährige Mutter, um die ich mich kümmere, habe zwei 8-jährige Patenkinder, um die ich mich kümmere, bin also relativ gut durchgetaktet und deswegen beim Piraten nicht ganz so aktiv, wie ich sein müsste. Ich bin seit Oktober 2011 Mitglied und, äh, bin, kandidiere, um die Liste zu füllen, aber vor allem aber auch, um Unterstützerunterschriften zu kriegen. Durch die verschiedenen Berufe bin ich relativ gut vernetzt in der Stadt. Es gibt eine Menge Leute, die mir Gefallen schulden und ich denke, dass, 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 die tausend Unterschriften, also meines Erachtens kein Problem sein durften. Fragen? Ich bin, also man handelt mich intern als den Häufelkönig, insofern, wenn es sein soll, schaffe ich es auch ohne einer der ersten fünf zu sein und wenn nicht, dann nicht. Also, Gibt es weitere Fragen an den Dorin? Keine. Vielen Dank. Dann, Gabi, bitte. Hallo, mein Name ist Gabi Berg. Tag. Ich würde gerne unten auf die Liste, ich würde mich gerne einbringen, weil, A, ich in einigen Bezirken München sehr gut bekannt bin. Ich habe bei der Bezirkstagswahl über drei Prozent in meinem Stimmreis bekommen. Ich hoffe, dass ich dadurch, wenn mein Name auf dem Wahlzettel steht, einfach ein paar Stimmen für die Piraten einhamsen kann, wenn da noch Bezirksrätin steht. Manchmal wirkt es. Und noch Tierarzt, der Doktor ist auch nicht ganz unwichtig. Und eine zweite Sache, was ich gleich mal ankündigen wollte, ich habe in meiner Form als Bezirksrätin jetzt vor, in Heidhausen, vor Weihnachten einmal im Monat, nach Weihnachten zweimal im Monat, eine sogenannte Bürgersprechstunde einzuführen, die ich auch im Hallo annoncieren werde. Und diejenigen, die dann eins bis fünf bekommen heute, würde ich gerne mal bitten, dass mindestens zwei pro Termin anwesend sind. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Gabi? Dann der nächste Kandidat, Peter Bauer für die Top 5 der Liste. Servus, die meisten kennen mich ja, ich bin der Peter Bauer, ich habe in der Bezirkstagswahl, habe ich auch mitgenommen, recht beachtliches Ergebnis, was mich bewegt hat, mich in die Top 5 einzustellen. Ich arbeite bei der AG Kommunalpolitik mit, bin sehr gut vernetzt, über den Rettungsdienst, Krankenhäuser, Pflegeheime und wer gibt es nicht zum Sagen. Gut, wer hat Fragen an den Peter? Er möchte unter die ersten fünf, ja. Wer hat Fragen? Keine Fragen, vielen Dank. Dann nächste Kandidatin, die Nadine. Hallo, ich bin die Nadine Engelhardt, falls mich noch keiner kennt, ich bin seit Ende 2012 bei den Piraten, werde hier als reine Listenfüllerin antreten, also bitte unterdrückt den Impuls, da mehr Stimmen anzukreuzen, als notwendig ist. Ich danke euch und gehe weiter an Holger. Ja, hallo, ich bin Holger Verlängerich, ich glaube, ihr kennt mich alle, ich war zweieinhalb Jahre euer Vorsitzender, ich war hier Bundestagskandidat in München-Ost, bin jetzt Richter am Landesschiedsgericht und brauche, glaube ich, nicht viel zu meiner Position zu sagen. Ich möchte noch auf einen unter den Kandidaten für den ersten fünf hinweisen, mit denen ich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen zusammenarbeite, wo ich glaube, dass der ganz gut unter die ersten fünf passt. Das ist der Feng Li. Bitte wählt ihn. Ich bitte jetzt alle anderen Kandidaten, die für die ersten fünf antreten, nicht traurig zu sein, dass ich sie jetzt nicht erwähnt habe, aber euch kennt man schon so gut, dass ich euch nicht erwähnen muss. Vielen Dank. Fragen an Holger? Ich sehe keine. Dann haben wir den Karol. Hallo, ich bin Karol Pokorny. Ich bin schon seit ein paar Jahren bei euch mit dabei. Ich habe beschlossen, deshalb für den Stadtrat zu kandidieren, weil ich erstens bei der Stadt München bei der Entbesserung arbeite. zweitens, ich kenne auch ein paar Stadträte. Einer ist sogar mein Arbeitskollege und dann habe ich auch mitgekriegt, den Hintergrund, dass es nicht nur Spielzeug ist, Stadtrat zu sein, da gibt es ganze Meter zu tun, viel Post und so Sachen und ich glaube, ich habe dadurch ein bisschen was gelehrt und hoffe, könnte ich mir auch mit Hilfe von meinem Kollegen, der soll mal dann schaukeln, obwohl es zwar nicht von unserer Partei ist, aber er ist mein Kollege und naja, ich hoffe erst mal, dass es klappt. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen an Carol? Ich sehe keine. Nächste in der Liste, Rebecca. Ja, hallo, ich bin Rebecca Wissner, ich war ein Jahr lang stellvertretender Vorstand in München. Ich war jetzt Landtagskandidatin, Spitzenkandidatin, habe mir da auch so ziemlich den Arsch mit aufgerissen für den Wahlkampf und ich möchte auch in diesem Fall jetzt wieder die Stadträte im Wahlkampf unterstützen. Allerdings fehlt mir die Zeit und Energie, glaube ich, um selber irgendwas als Spitzenkandidatin zu machen. Von daher hoffe ich, dass wir die richtigen Leute auf die ersten fünf Plätze wählen und mein Tipp dafür wäre Birgit. Vielen Dank, Rebecca. Gibt es Fragen an Rebecca? Ich sehe keine. Nächster auf der Liste ist der Tobias Wandinger. Möchtest du dich? Bitte. Hallo, ich bin der Tobi Wandinger. Ich bin seit gut eineinhalb Jahren in der Piratenpartei, bin Mitglied des Bezirksausschusses 24 Feldmooring-Hasenbergl, dort auch im Unterausschuss Bau als Stellvertreter und Schule Soziales Kultur als Vollmitglied, ebenso bei Budget. Ich möchte meine kommunalpolitische Erfahrung hier ein bisschen mit einbringen, deswegen bete ich an, dass ich da für den Stadtrat kandidieren möchte. Ich möchte mich insbesondere auch dafür einsetzen, dass wir Piraten es auch schaffen, irgendwo zumindest eine oder zwei Bezirksausschusslisten aufzustellen. Es wird schwierig mit Unterschriften, aber mein Kollege aus der Piratenfraktion, der Wolfgang Schropp, der arbeitet bei den Stadtwerken München, hat mir versprochen, uns sehr zu unterstützen, dass wir die Unterschriften sammeln. Da arbeiten viele Leute. Wenn es gewünscht wird, dass ich da einen guten Platz unter den Top 5 mache, dann biete ich das gerne an. Wenn nicht, ich bin absolut nicht darauf angewiesen. Ich bin selbstständig und bin absolut nicht finanziell darauf angewiesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Tobias? Also was ich momentan mache, nur dass ihr euch nicht wundert, bei jedem Namen, den ich da sehe, den gebe ich einfach Google ein und setze Piraten dahinter und gucke mir die Headlines an. Und ich will einfach nur dann wissen, wenn ich was finde, wie ihr damit umgeht. Also es geht nicht um Angriff, sondern wie ihr geht damit um. Und die erste Headline ist Ex-CSUler betreibt Bordell, der Münchner Puffpirat. Punkt, Punkt. Okay, ich will dich damit nicht, ja, und ich möchte einfach nur wissen, wenn du, vor allem, weil du jetzt für die ersten fünf ja auch mitstehst, wie gehst du denn mit der Öffentlichkeit um und wie wirst du sozusagen das positiv darstellen? Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das ist ganz einfach so, ich habe mit einem guten Freund in Österreich, haben wir ein Hotel gebaut, das hat nicht so gut funktioniert und war kurz vor der Pleite, gab es zwei Möglichkeiten, entweder rauszugehen und das ganze Geld in den Sand gesetzt zu haben oder er hat einen Partner gefunden, der eben das anders betreibt. Ich selbst betreibe es nicht, sondern ich bin nur an dieser Gesellschaft, an dieser Immobiliengesellschaft mit 49% beteiligt, ich habe mit dem Betrieb überhaupt gar nichts zu tun. Leider nicht. Also ich bin nur an dem Gebäude beteiligt und an der Betriebsgesellschaft und das war's. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Wahlkampfmäßig würde ich dann vorschlagen, dass wir dann relativ viel am Walter-Sedlmayr-Platz machen, also weil da in der Hinsicht denke ich mehr einfach ein zentraler Ort ist und ein Problemort auch, aber dazu erkläre ich nachher noch mal was. Vielen Dank für die Wortmeldung. Weitere Fragen an den Tobias? Ich sehe keine weiteren Fragen, dann herzlichen Dank. Nächster Kandidat Florian. Florian Breik mein Name, der ein oder andere mag mich vielleicht schon mal gesehen haben, ich mache so ein paar Dinge bei den Piraten, Hochschulgruppe, die leider eingeschlafen ist, S170, war auch mal kurzfristig Landtagskandidat, also jetzt Landtagskandidat, will aber gar nicht auf die ersten fünf Plätze, sondern weiter hinten als Lückenfüller und ich habe aber schon ein paar schöne Kandidaten für die ersten fünf Plätze gesehen, die ich wirklich nach Herzen unterstützen will, also wählt da gute Leute hin, damit ich mich da auch schön einbringen kann. Herzlichen Dank, Florian. Gibt es noch Fragen an den Florian? Ich sehe keine Fragen, dann der nächste Kandidat Arnold Schöner, Arnold möchte für die Top 5 kandidieren. Ja, wäre mir ganz recht, wenn ihr mich da hinwählen wollt, aber zunächst geht es mal im ersten Wahlgang darum, ob ihr überhaupt euch die Kandidaten vorstellen könnt, wählt da also die ersten 27 richtig und dann werden wir rausfinden, wer die besten fünf sind. Ich hoffe schwer, dass wir die Unterschriften bekommen und wenn wir die Unterschriften dann haben, dass wir tatsächlich ein, zwei Leute, vielleicht sogar mehr, je nach Wahlerfolg in den Stadtrat reinkriegen. Ich habe mich 2009, 2010 angefangen für OB-Kandidaten suche, für die Kommunalwahl, habe mich da mit der Kommunalwahl ziemlich auseinandergesetzt, habe festgestellt, dass es verdammt schwierig ist, einen OB-Kandidaten innerhalb der Piraten zu finden, hatte damals wagemutig gesagt, so unter Motto, wenn wir keinen finden, dann mache ich das, habe das aber zurückgezogen, nachdem ich gesehen habe, was da auf einen OB-Kandidaten zukäme. Daraufhin habe ich mich in die AG Kommunal eingebracht, wir haben da einige gute Programmpunkte, angefangen vom Südring bis hin zu Open-Antrag und Blablub. Das Kommunalprogramm will ich euch jetzt nicht komplett vorstellen, aber ich hoffe schwer, dass wir es schaffen, mindestens ein, zwei Piraten reinzubringen. Wenn ihr meint, dass ich der richtige Kandidat dafür bin, dann wählt mich. Danke. Vielen Dank, Arnold. Gibt es direkte Fragen an den Kandidaten? Ich sehe keine. Nächster Kandidat, Thomas Mayer. Ja, hallo, ich bin Thomas Mayer, bin seit 2011 Pirat, bin in der SG Texte und Ersatzrichter am Landesschiedsgericht, habe im Wahlkampf mich bei jedem Spieltag vor Stadion gestellt und die Fernrechte-Flyer verteilt und bin in München relativ gut vernetzt in der Subkultur, in der Fanszene und ja, würde gerne meine Vernetzung einbringen für die Partei, um auch dann am Ende einen von den oder alle von den ersten fünf, wo recht gute Kandidaten dafür auf der Liste stehen, zu unterstützen. Vielen Dank. Gibt es direkte Fragen an den Thomas? Keine Fragen? Dann bitte die Vorstellung von Thomas Ranft, unser Nächster. Ja, grüße euch Gott zusammen. Hier ist der nächste Thomas. Ich bin der Thomas Ranft, bin Beisitzer im Kreisvorstand, bin in der AG Kommunalpolitik aktiv, habe auch mehrere Papiere eingereicht zur Kommunalpolitik. Heute ist auch wieder eins dabei. Ich möchte mal generell was zur Kommunalpolitik sagen. In der Piratenpartei, das ist so ein bisschen mein Eindruck, ist die Kommunalpolitik nicht sehr gelitten. Das halte ich für nicht gut, weil das eigentlich die Basis alles oder der Gesamtheit der Politik ist. Da fängt das an. Wir müssen auch, glaube ich, dahin kommen, das von unten nach oben aufzubauen. Die großen Parteien haben ihre Stärke darin, dass sie eine große kommunalpolitische Basis haben. Das ist das Reservoir. Da ich auch festgestellt habe, wie schwierig es war, überhaupt Kandidaten zu finden, die hier auf die Liste gehen wollen, möchte ich, falls ich in den Stadtrat gewählt werde, die Kandidatin Hospitanz einführen. Einfach, um auch gerade jungen Mitgliedern Mandate schmackhaft zu machen und ihnen auch einen Einblick zu geben, was da gemacht wird, wie es gemacht wird und was da passiert. Das halte ich für unheimlich wichtig. Zu meiner Person möchte ich sagen, viele werden es wissen, das ist ja kein Geheimnis, ich bin seit drei Wochen Präsident eines Eishockey Clubs. Benno, sei vorsichtig. Ich bin Mitglied im Bayerischen Journalistenverband, ich bin Verwaltungsrat und das legt eigentlich auch schon so ein bisschen meinen Themenschwerpunkt fest, mit dem ich mich, falls das mit dem Stadtrat klappt, auseinandersetzen, das sind die Finanzen, das ist die Haushaltspolitik, ich will mich dafür einsetzen, dass wir endlich in München einen Bürgerhaushalt bekommen, wir sind hier eine der wenigen Großstädte, wo es das nicht gibt, das ist ein Ziel von mir und dafür möchte ich mich engagieren. Ich bin der Überzeugung, dass wir mit Engagement die tausend Unterschriften zusammen bekommen. Das werden wir schaffen. Wenn wir alle zusammenhalten, das ist wie im Sport, dann packen wir es auch. und lasst euch von vornherein nicht entmutigen, wir nehmen, ich sage das sportlich, den Arsch in die Hand, spucken in die Hände und dann schaffen wir das auch. Danke. Vielen Dank. Gibt es direkte Fragen an den Thomas? Keine? Dann herzlichen Dank. Wie gesagt, Thomas kandidiert für die ersten fünf. Der nächste wäre Ali. Auch Ali kandidiert für die Top fünf. Ja, danke. Unsere Vorsitzende, Landesvorsitzende ist nicht da, sie hat mich gefragt, Ali, das bist nicht du, doch, das bin ich und das habe ich mir eigentlich damals auch geholt, wo ich den Flo zu diesem Sommerfest des Landtages mitgenommen hatte und ich glaube, so muss man auch ab und zu bei den einigen Anlässen beim Stadtrat erscheinen, auch wenn ich es nicht will, ist nun mal so. Ich bin stellvertretender Vorsitzender KV München, habe eine Familie, zwei kleine Mädels, dann bin ich beim Bezirksausschuss sieben Mitglied für den Ausländerbeirat München, ich bin Mitglied beim Ausländerbeirat München, dann bin ich seit über 20 Jahren Gewerkschaftler, etwas, was wir vollkommen aus dem Fokus verloren haben, Gewerkschaftsarbeit machen wir nie, für die Vernetzung, sehr wichtig, wir haben nie Gewerkschaftsarbeit gemacht und ich bin wie gesagt seit über 20 Jahren zuerst IG Metall, dann bei Verdi, mit meinem Sekretär Jupp Stier war ich immer aktiv, ich war vorher bei der Stadt München für den Sozialreferat, für das Stadtjugendamt tätig, als pädagogische Fachkraft, da war ich Personalrat für 4000 Angestellte der Stadt München, da habe ich vieles mit angeleitet, des weiteren bin ich Konfliktmanager beim Bayerischen Fußballverband, ich habe nicht nur in München Kontakt zu fast allen Sport Fußballvereinen, sondern bayernweit auch, da habe ich auch bei der Landtagswahl, Bundestagswahl auch versucht unsere Kandidaten da ein bisschen zu vernetzen mit den Sportvereinen, Klaus kann es bestätigen, Martin ist nicht da, kann es bestätigen, auch der Florian, dann habe ich noch so einige Sachen angeregt, habe für die Migrantensportvereine mich stark eingesetzt, gab dann großes Tuberwur in der Zeitung, insbesondere in der Süddeutschen, das wird in Bayern nicht so gerne gesehen, dass man sich für die Migrantensportvereine, Fußballvereine einsetzt, besonders vom Verband nicht, aber das ist mir egal, das was richtig ist, ist richtig, das was falsch ist, ist falsch. ich habe vorhin was von Vernetzung gesagt, etwas was nie bei unserem Wahlkampf Landtag, Bundestag nie gefallen ist, Vernetzung, was ich seitdem ich in München bin, tue, ich vernetze mich, mit vielen Initiativen und der Herr vom Hut, das war vollkommen richtig, der ist vernetzt, wir haben das leider vergeigt, obwohl ich darauf hingewiesen habe, die ganze Zeit, ob wir das auf die Schnelle nachholen können, weiß ich nicht, aber ich bin schon vernetzt, mit sehr vielen Initiativen, für mich gilt es darum, wenn ich im Stadtrat drinne bin, dass ich nicht das Haus rocke, ich werde das Haus nicht rocken, wir können gerne rocken gehen, Kunstpark Ost, können wir hingehen, wir werden vielleicht mal mit eins oder zwei Stadträtinnen oder Stadträten in deinem Stadtrat sein, und da werden wir, ich bin Realist, da werden wir nicht so viel zu sagen haben, ich bin dann sechs Jahre drin, für mich heißt es dann, wenn ich dann sechs Jahre da drin bin, was mache ich sechs Jahre lang, dass es für meine Partei was Positives am Ende der sechs Jahre rauskommt und nicht, dass ich die anderen Parteien unterstütze, auch ein Fehler von uns, was wir gemacht haben die ganze Zeit, andere Parteien unterstützt und ich bin auch jemand, der nicht mit dem Strom mitschwimmt, ja klar, Wohnungsnot haben wir hier, Mietpreise sind erhöht, das ist klar, aber das sind, natürlich unterstützen wir sowas, aber das sind nicht unsere Themen, in dem Sinne, weil diese Themen sind schon längst von den anderen Parteien besetzt, wenn man damit ankommt, wir kämpfen gegen die Wohnungsnot, dann hören sie uns nicht zu, dann heißt es, ja okay, die haben schon von den Grün gehört, für mich gilt es, unsere Themen verstärkt nach vorne zu bringen und auch neue Felder zu schaffen, so dass die Bürger dahinter fragen, durch unsere Hilfe. Was gibt es denn noch zu sagen? Gar nichts. Wenn mir etwas einfällt, sage ich es noch, aber wenn ihr Fragen habt, bitte. Vielen Dank Ali. Gibt es Fragen an Ali? Keine Fragen? Dann herzlichen Dank. Dann nächster ist Herbert Gerhard Schön. Bitte schön. So, hallo miteinander. Ich weise mal als erstes mal auf diese gelbe Bückware da unter dem Wagen hin, also das Bildungswerkprogramm vom Bund Naturschutz. Da bin ich nämlich dann um 14 Uhr in Feldmoching und mache wieder einen Spaziergang, einen Stadtplanungsspaziergang München wird immer schöner. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So kommt es dann wenigstens in die Zeitung. Die Frage ist aber München wird immer schöner zugebaut, großes Fragezeichen. Ich bin 1961 in München geboren. Damals hatte die Stadt 1,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Zwischenzeitlich sind wir bei 1,4 Millionen angelangt. Die Prognosen gehen nicht mehr von voraussichtlich 1,55 bis 1,65 Millionen im Jahr 2030 ab aus. Das bedeutet für diese Stadt also einen immensen Aufwand noch an Wohnungsbau. Jedes Jahr 6.000 bis 7.000 Wohnungen. Der aktuelle Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt hat aber nur noch Bauflächenreserven für weniger als 50.000 Neubaubohnungen verfügbar. Brauchen tun wir 120.000 130.000. Die Stadt sagt, der Oberbürgermeister sagt, die Planungsreferentin sagt, München braucht mehr Bürgerbeteiligung. Alles, was ich in dieser Stadt an Bürgerbeteiligung seit 1996 miterlebt habe, geht mehr so in die Richtung, da verschaukeln sie einen wieder, machen einen fertigen Plan, lassen den diskutieren, moderieren den richtig schön an, damit die Bürger dann diese Idee auch haben und dann sagt man, die Bürgerinnen und Bürger haben wir mit entschieden. So läuft das eigentlich eher nicht. Das Problem in dieser Stadt ist, letztes Jahr hat die Immobilienwirtschaft in München fast 11 Milliarden Euro umgesetzt. 11 Milliarden Euro in einem Jahr. Und da ist man als Bürger eigentlich dann weit draußen. Es gibt in München in der Zwischenzeit ganz viele Initiativen, Bündnis bezahlbares Wohnen, die schafften heuer im Juni eine Demonstration auf dem Stachos mit knapp 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das ist ein Zeichen dafür, dass es noch nicht so richtig schlimm ist in dieser Stadt. Das heißt, mieten die so um die 10 Euro kalt rumpendeln, das ist noch das normale untere Maß, es geht nach oben. Wenn selbst Genossenschaften heutzutage bei normalen Bodenpreisentwicklungen hier in dieser Stadt Neubauten nur noch mit 16 Euro Kaltmiete kalkulieren könnten, wenn sie keine verbilligten Baugrundstücke bekämen, dann funktioniert das überhaupt nicht mehr. Das wissen eigentlich auch die Stadträteinnen und Stadträte und versuchen dann Konflikten aus dem Weg zu gehen. Konflikte gibt es in der Stadt zuhauf, sieht man dann immer bei Bürgerversammlungen Verkehrsproblem, das ist immer ganz groß, steigende Mieten, Probleme bei der Schulversorgung, Kindergärten, also da fehlt es einfach vorne und hinten. Ich bin den Großteil meiner Zeit in München gewesen, habe dort gelebt, gearbeitet, seit dem 1. Oktober arbeite ich wieder beim Biomarkt am Stemmerhof, war vorher viereinhalb Jahre bei der Stadtverwaltung, Kreisverwaltungsreferat, Außendienstmitarbeiter in der kommunalen Verkehrsüberwachung, habe gemerkt, ich schaffe das nie, an alle 730.000 PKWs in München da einen Zettel hinzuhängen, also das ist nur eine kleine Zahl, die Gespräche mit den Autobesitzerinnen und Besitzern waren immer sehr konfliktrechtig, ich denke nicht, dass man auf Konfrontation in dieser Stadt so viel erreicht, wir müssen überzeugen können, das heißt wir müssen als Berater überzeugen können, dazu braucht es auch Vernetzung mit den Initiativen, nicht nur mit Bündnis bezahlbares Wohnen, mit der Hut-Initiative, sondern auch mit dem Bündnis Gartenstadt München und wir brauchen einen guten Zugang zur Presse, weil alles was in der Presse diskutiert aus wesentlich mehr Menschen, sieht man ja jetzt bei dem Bürgerentscheid zur Olympia-Bewerbung. Dieses Buch München halte ich immer in der Hand, weil da arbeite ich mich ja so an dem Thema seit 2000, seit 1998 dran, also Bürgerbeteiligung auch im Sinn von Umweltbildungsarbeit zu betreiben, seit 2006 gibt es diese Reihe München wird immer schöner und fußt auf meine Erfahrungen als Bürgerbeauftragter vom Bund Naturschutz, Beteiligung von der Bundesgartenschau. Auch wieder mit der Erfahrung, Bürgerbeteiligung ist nicht wirklich gewünscht. Danke. Nachdem ich um halb zwei gehe, Fragen bitte jetzt. Also ich kandidiere auch für die ersten fünf, bin aber natürlich mit jedem anderen Platz auch zufrieden, logisch. Ich wohne im 13. Stadtbezirk Bogenhausen und möchte dort auch für den Bezirksausschuss kandidieren. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Herbert? Keine? Doch, eine? Bitte? Du möchtest für Bogenhausen kandidieren als BA? Das meint du auch wirklich ernst? Du möchtest dann auch wirklich dort auch sitzen? Also nicht irgendwie als Holzwolle oder so? Wirklich ernsthaft? Gut. Nein, ich unterstütze dich da. Ich wohne noch in Bogenhausen und ich möchte allerdings nicht drin sitzen. Aber wenn du noch weitere Leute findest, die das machen, bin ich gerne auch in Sachen Holzwolle dabei, dass wir da einfach auch eine gescheite Liste zusammen kriegen. Also dort in Bogenhausen Johannes Kirchen wohnen wir seit 1995. Seit 1996 bin ich dort auch gärtnerisch aktiv. Ich wichel Bäume. Das heißt, ich pflanze also Bäume dort, wo die Stadtgärtner nicht hinkommen, um eine ökologische Stadtverwaltung zu betreiben. Die Stadtverwaltung hat zu wenige Mitarbeiterinnen im Außenbereich. Die bemerken vieles nicht, was da draußen passiert. Deswegen wachsen meine Bäume sehr gut. Ich bin mit vielen BA-Mitgliedern dort in Bogenhausen vertraut und habe bei der Pölzstraße ihre Führung zum Entwicklungsgebiet München Nordosten mitgemacht. Spannendes Thema für den kommenden Stadtrat, Änderung des Flächennutzungsplans betrifft uns in München Nordosten ganz massiv. Herzlichen Dank. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen, dann herzlichen Dank. Nächster Kandidat, Günther Mayer, bitte. Ja, hallo, Günther Mayer mein Name, der eine oder andere kennt mich vielleicht, die meisten vielleicht nicht. Ich mache es kurz, ich muss nicht unbedingt in den Stadtrat, da haben wir bessere Leute. Ich drehe an, damit wir eine möglichst lange Liste kriegen, damit die Bürger auch, wenn sie Piraten wählen wollen, Piraten wählen können mit allen ihren Stimmen. Das war es schon. Danke. Vielen Dank. Fragen? Keine? Dann Michael. Danke. Mein Name ist Michael Renner, Pirat seit, ja, seit dem letzten Jahrzehnt eigentlich, bei der Flaschenpost seit 2010, bei der Flaschenpost ist auch mein Hauptarbeitsgebiet bei der Piratenpartei als stellvertretender Redakteur. Stellvertretender Chefredakteur, ja, ich bin der Stellvertreter, wenn man keinen Artikel rauskommt. Genau, Holzwolle, das Wort habe ich gehört, ich kandidiere nicht für die ersten fünf Plätze, aus Gründen würde mich um einen der hinteren Plätze sehr freuen. Danke. Vielen Dank, Michael. Gibt es Fragen an den Michael? Keine weiteren Fragen, dann Christa. Ja, hallo, ich heiße Christa Ritter und sehe mich als Füllkandidatin, weil in meinem Leben auch die Karriere zum Beispiel oder sagen wir mal das Äußere zunehmend eben nicht mehr so wichtig war, weil ich gesehen habe, ich bin ziemlich schräg drauf und das muss ich irgendwie an mir arbeiten und insofern sehe ich mich mit euch natürlich verbunden, weil ich finde, ihr seid Gott sei Dank auch alle schräg drauf. Aber eben das erfordert viel Arbeit, vielleicht manche wissen, dass ich seit 40 Jahren so ein Haarem lebe, mit einem Hahn in der Mitte und das ist auch wahnsinnig anstrengend, weil Frauen untereinander, die anderen Frauen hier wissen es sicher gut, die hacken sich manchmal die Augen aus, Frauen untereinander sind brutal, aber das muss alles durchgearbeitet werden und ich will damit eigentlich nur einleiten, dass es mir wichtiger ist, bei der Piratenpartei im Hintergrund zu wirken, also das mache ich schon ein bisschen bei den Trailerpiraten, wir machen, wir haben angefangen im vorigen Jahr auch eine Talkshow durchzuziehen, die wollen wir jetzt wieder aufgreifen und um Außenstehende mit den Piraten zusammen zu bringen ins Gespräch, weil ich das ganz wichtig finde, dass wir kommunizieren lernen, besser und dazu wiederum als Hintergrund meine ich, müsste mir noch was einfallen, mit euch vielleicht eine AG aufzumachen, wo wir an uns arbeiten, aber vor allen Dingen am Kern der Piraten und das ist was ganz anderes als das hier und deswegen bin ich eben nicht unter den ersten fünf und lieber Füllhorn. Dankeschön. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen an Christa? Keine Fragen? Dann herzlichen Dank. Nächster Kandidat Markus Kraus, bitte. Ich habe die Piraten vor drei Jahren kennengelernt. Ich war einer von den Leuten gegen Stuttgart 21 hier in München jeden Montag demonstriert hatten und dann kam das schlechtes Wetter im November Dezember und dann kamen die Piraten auf uns zu haben uns da mit so einem Dach geholfen während zum Beispiel die Grünen die sind bei uns nie aufgetaucht und dann habe ich gesagt ich helfe den Piraten umgekehrt bei der nächsten Wahl und das habe ich die letzten drei Monate so ein bisschen versucht ich selber bin Elektroingenieur leider arbeitslos und jetzt hat gerade am Freitag die ARGE wieder irgendwie so einen Blödsinn ausgedacht jetzt fürchte ich dass ich da in der nächsten Zeit relativ wenig Zeit habe und ich bin eh nur so viel Material sozusagen und es gibt hier ja gute Leute die man nach vorne wählen kann danke herzlichen Dank gibt es Fragen an den Markus keine dann der nächste Kandidat der Herbert Flammensbeck bitte danke servus beieinander mein Name ist Herbert Flammensbeck ich bin seit voriges Jahr im Sommer Mitglied der Piratenpartei mache seit September mehr oder weniger regelmäßig beim Kommunalen mit was mich sehr interessiert habe auch an der Bezirkstagswahl teilgenommen für den Münchner Schwarzen Westen habe leider nicht so viel Stimmen bekommen aber es war auf alle Fälle über den Durchschnitt was mich letztendlich gefreut hat und jetzt folgendes zu meiner Person ich bin also knapp 60 habe 7-8 Jahre bei der Stadt München gearbeitet bin dann vor 25 Jahren von der Stadt München weg gegangen und habe knapp 21 Jahre als Tierpark Prokurist bzw. späterer Geschäftsführer für München gearbeitet das heißt ich zur Startspitze sondern hauptsächlich auch zu Mitarbeitern die letztendlich sagen endlich ist einmal einer da der auf den Tisch schaut und sagt so geht es nicht mehr weiter eine erste Aufgabe die an mich gezogen habe das war zum Beispiel in Aubing das betreute wohnen das ging also da war am Anfang geplant dass man ein betreutes wohnen einrichtet und auf einmal wurde hintrum über die Arbeiterwohlfahrt versucht mehr oder weniger ein Obdachlosenasyl für ältere Leute unterzubringen das ging dann bis bis in die einzelnen Ausschüsse hinein bzw. bis zum Oberbürgermeister und letztendlich im Rahmen von 25 Zeitungsbeiträgen breit gefächert von Süddeutsch über Hallo oder wie auch immer ist es dann gelungen doch das Haus einigermaßen wieder richtig zu beleben das nächste ist das also was ich so vor hätte zum Beispiel in Pasing da wurde der Bahnhof wunderbar umgebaut da gibt es einen neuen Straßenbahnanschluss es gibt jede Menge neue Ärztehäuser bloß leider hat man jetzt den Taxistandplatz ganz woanders hingebaut und das sind so Sachen was also nicht nachvollziehbar ist und im Rahmen von dem Wahlkampf im Bezirkstag habe ich unter anderem mit den Taxifahrern geredet und die haben gesagt gehabt also wenn da jemand was auf die Beine stellen würde sie würden sofort den sämtlichen Taxi sie mit einer besten Unterschriftslisten auslegen und hätten auch kein Problem beispielsweise mit der Piratenpartei zusammenzuarbeiten was was ich insgesamt ein kleines bisschen aus Problem finde bei der Piratenpartei das ist die echte Basisarbeit also man muss eigentlich mehr auf die Leute und auf die Probleme der Leute eingehen und dann bekommen wir auch die Stimmen der Wählerinnen beziehungsweise Wähler und wir haben damals einen super Stand gehabt wo die Ilse eigene in Aubing war da war unser Piratenboot direkt davor gestanden dann ist eine von der Presse gekommen und hat das fotografiert und hat gesagt ihr seid die ersten ihr traut euch mal was gegen die CSU überhaupt letztendlich Flagge zu zeigen und ich muss sagen wir haben damals jede Menge Infomaterial in Aubing verteilt und ich bin am Abend um an gegangen ich habe einen einzigen Prospekt eine einzige Zeitung gefunden die am Boden gelegen ist das heißt die Leute die auf dem Volksfest waren das waren einige tausend Leute da hat jeder unser Programm unsere Unterlagen mitgenommen und das habe ich auf alle Fälle damals super gefunden und dann waren auch viele Leute dabei die haben gesagt wir würden euch wählen aus meinem Bekanntenkreis hauptsächlich natürlich logischerweise ältere Senioren oder so dass die haben damals alle Angst gehabt gerade speziell bei der Landtagswahl zum Beispiel bei der Bundestagswahl die haben gesagt wir geben euch unsere Stimmen aber dann sind die Stimmen weg weil sie halt leider die 5% Klippe nicht schafft und das ist natürlich jetzt bei der Stadtratswahl unsere ganz große Chance dass wir sagen wir sind vor Ort wir setzen uns für die Leute ein und dann geben uns die Leute auch letztendlich die Stimme sodass ich schon gut Hoffnung bin dass man erstens die 1000 Unterschriften sammelt oder genauer gesagt 1010 mindestens das ist das Erste und das Zweite dass wir mit zwei bis drei Leuten letztendlich dann im Stadtrat vertreten sind wo ich sonst noch ein bisschen engagiert bin ich bin unter anderem Schatzmeister beim Deutschen Theater ich war jahrelang Revisor von der Münchner Volkshochschule ich bin in Parsing draußen Schatzmeister und Vorstand vom VdK VdK ist der größte Sozialverband hat unter anderem in München knappe 52.000 Mitglieder und ich würde also letztendlich versuchen auf alle Fälle den sozialen Bereich einigermaßen abzudecken ich bin seit fünf Monaten stolzer Großvater von einer fünfmonatigen Enkelin nachdem das unsere Tochter als Lehrerin jetzt auch alleinerziehend ist wird es auf alle für mich auch ein breites Betätigungsfeld nicht nur persönlich mich einzubringen sondern insgesamt für die ganzen Kita Affären und so weiter dafür zu kämpfen dass auf diesem Gebiet auf alle Fälle nur ein kleines bisschen mehr passiert Ich kenne auch mehrere Stadträte ich weiß wie hoch das die Belastung ist es ist sicherlich so wenn sich jemals als Stadtrat als gewählter Stadtrat einbringen würde dann muss er auf alle Fälle davon ausgehen dass das ein Arbeitseinsatz von 30 Stunden ist ohne größere Einsätze an diversen Ausschusstätigkeiten und so also das ist auf alle Fälle was was ich mir also quasi Pensionist zugestehen würde das heißt ich würde mich dementsprechend engagieren was natürlich auch im Vorwahlkampf wichtig ist dass man dementsprechend persönliche Mittel einbringt also ich vermute sowieso dass wir schon einiges einbringen müssen damit wir die tausend Unterstützer Unterschriften sammeln können also auf dem Gebiet würde ich mich auf alle Fälle ganz massiv einbringen speziell in Fasing wo ich letztendlich wohne beziehungsweise in Aumico wo ich wohne also ich bin guter Dinge dass wir das wenn sich wirklich viele Leute engagieren dass mir das Ganze irgendwie stemmen ich bedanke mich herzlichen Dank gibt es Fragen an Herbert ich sehe keine dann zappelt hier Florian ja ich zappel ich hoffe ihr habt Zeit mitgebracht okay ja ich möchte eh nur auf den hinteren Platz möchte aber trotzdem diese Kandidaten Vorstellung nutzen um einmal weil der Wahlleiter das nicht nachher so ganz klar sagen kann das Wahlverfahren nochmal sagen im ersten Wahlgang geht es darum die Liste so groß wie möglich zu machen das heißt da geht es darum wirklich jeden zu wählen mit dem man irgendwie leben kann das auf dieser Liste steht und erst im zweiten Wahlgang bei den Top 5 geht es dann darum unsere Spitzenkandidaten zu küren insofern ist es auch okay dass so wenig gefragt wird ich hoffe aber dass das nachher mehr wird denn ich finde diese Kommunalwahlen haben eine unheimliche Bedeutung um mal die Relation zu setzen wir sind in München die drittgrößte Stadt Deutschlands nach Berlin und Hamburg die haben da Stadtparlamente und wir als drittgrößte Stadt da habe ich eigentlich den Anspruch dass wir zumindest fast genauso professionell arbeiten wie die dort in einem Stadtparlament wie in unserem Stadtrat und das heißt für mich auch sollten diese Kandidaten auch den aus meiner Sicht als Vorsitzender wir haben verkackt bei der Landtagswahl für die nächsten vier also fünf oder vier Jahre bis zur Bundestagswahl fünf Jahre bis zur Landtagswahl ist unser Stadtrat unsere Lebenslinie unsere einzige Möglichkeit der der das Bild der Piratenpartei in München prägen wird das heißt unser Stadtrat oder unsere Stadträtin wird das Bild der Piratenpartei für die nächsten vier Jahre machen nicht nur so ein lausiger Vorstand nämlich könnt ihr jederzeit rausschmeißen und neu wählen aber der Stadtrat ist elementar und ich kann nur sagen grillt die Leute nachher schön weil jetzt komme ich komme schon bald zum Ende wir hatten ja vorher die Diskussion sollen wir überhaupt antreten weil ich habe das auch gemerkt ich habe Leute gefragt wollt ihr nicht kandidieren bei manchen ist es mir gelungen das freut mich sehr bei anderen ist es nicht gelungen weil die gesagt unsere Mitglieder zu erklären warum ist es als Piraten Partei so wichtig Kommunalpolitik zu machen warum ist es wichtig uns zu vernetzen und ich denke daran müssen wir arbeiten dass wir das uns intern klar machen können und nur dann können wir das erfolgreich nach außen verkaufen ich meine sicherlich Urheberrecht werden wir nicht in kommunaler Ebene verändern können aber was heißt es dass wir für Bürgerbeteiligung sind und ich meine da reicht es nicht einfach nur zu sagen ja wir machen einen Antrag ihr könnt bei Open Antrag Anträge einreichen sondern da heißt es meiner Meinung nach dass ein Stadtrat in der Pflicht ist in die Bürgerinitiativen zu gehen und sagen hallo ich bin für euch da ich bin euer Stadtrat der Piratenpartei was kann ich für euch tun kann ich helfen beim formulieren von Anträgen beim Einreichen von Anträgen das ist ein immenser Zeitaufwand das wäre mein Anspruch und deswegen kandidiere ich auch nicht für die vorderen Plätze weil ich eben für mich feststellen musste diesen Zeitanspruch der kann ich nicht leisten damit beende ich jetzt auch schon die Vorstellung und das war's Vielen Dank Florian gibt es Fragen an den Florian keine dann die nächste Kandidatin die Birgit die auch für die ersten fünf in der Liste kandidieren möchte danke danke für die Vorschuss Lob ok also mein Name ist Birgit Hoffmann ich bin seit 2009 bin ich in der Piratenpartei ich habe mich 2011 ganz aktiv eingebunden hier manche werden sich fragen was ich hier eigentlich mache in München denn ich gehöre ja eigentlich zum Münchenland da bin ich Generalsekretär ich habe seit gestern einen Zweitwohnsitz in München in Obermanzing genau ich danke erstmal Florian du hast mir die Worte aus dem Mund genommen also genau so sehe ich das deswegen habe ich jetzt auch einen Zweitwohnsitz in München ich denke München ist einfach wichtig für uns als Piratenpartei auch für die nächsten Jahre um Akzente zu setzen und meine Akzente sind ganz klar in der Bürgerbeteiligung also es gibt das ist nicht das große Thema mit dem man jetzt Politik machen kann wir haben andere die auch die Themen voran bringen das finde ich auch wichtig aber meins ist einfach wir müssen die Menschen dazu kriegen sich politisch zu beteiligen und da ist es genauso wie Florian sagt man muss ihnen helfen und es ist genauso wie Herbert sagt das was momentan gemacht wird das ist einfach nur kommen können um einfach ihre Belange einzubringen und dafür möchte ich eintreten das habe ich bislang in der Piratenpartei auch immer versucht ich habe Open Space zu Basisdemokratie gemacht ich habe eine Kommunalpolitik Konferenz damals organisiert da ging es mir eigentlich um München Land weil wir hatten einen der hat das Kommunalprogramm fast alleine geschrieben und da habe ich gesagt das geht nicht jetzt müssen wir ein paar aufzuarbeiten und einen Blick nach vorne zu werfen solche Sachen möchte ich auch im Stadtrat voranbringen das ist natürlich nicht das Einzige wovon Stadtrat Arbeit leben kann also was auch wichtig ist es sich einzubringen in die bestimmten Themen und ich arbeite in München ich arbeite für die Münchner Volkshochschule und bin dort auch Betriebsrätin ich habe so ein bisschen einen Einblick was in auch was beim MVV oder bei den Stadtwerken beim Klinikum München und so weiter intern so ein bisschen los ist und es interessiert mich und deswegen stehe ich hier ganz ernsthaft und sage ja ich Michael Nikolai Dankeschön so zunächst einmal das muss ich kurz sagen ich bin wirklich normalerweise nicht sehr aufgeregt wenn ich vor Leuten stehe aber heute habe ich wirklich kalte Hände und Füße und jetzt wird Tine bestimmt sagen das ist völlig normal der Michael hat immer kalte Hände und Füße aber das liegt heute wirklich an was anderem ich bin wirklich froh und auch ein bisschen stolz in einem Raum zu sein mit so viel Kompetenz und auch so viel Tatendrang und ja genau ich hatte mir vorher eine Liste gemacht mit Stichpunkten die sollte 140 Zeichen nicht überschreiten das habe ich nicht ganz geschafft ich werde mich trotzdem mal vorstellen ich bin der Frosch König 84 viele von euch kennen glaube ich meinen richtigen Namen gar nicht also der steht jetzt da oben das ist der Michael Nikolai das bin ich ich bin seit circa zwei Jahren dabei das war eigentlich ich habe vorher einer anderen Partei gedient und das war die SPD das war auch eine ganz lange Zeit sogar und habe dann irgendwann festgestellt hey diese ganzen Themen der Piraten das liegt mir voll und ganz also ich kann ich stehe hinter fast allen Themen die die Piraten so vorschlagen und auch durchsetzen wollen und das liegt vielleicht auch daran dass ich als Anwendungsentwickler und Mediengestalter für Nonprint einfach als Webentwickler auch in den neuen Medien lebe und ja ich muss mich jetzt etwas beeilen weil ich seid bestimmt total gelangweilt wenn ich jetzt seit 28 dann nochmal irgendwie die 10 Minuten ausnutze genau ich bin seit etwa einem Jahr in der AG Kommunalpolitik aktiv hatte mir da jetzt auch mit den Leuten die da alle hinter mir stehen sind ja auch in der AG Kommunalpolitik mit mir auch zusammen und ich finde das auch super toll und da sind auch wie gesagt auch ganz viele Kompetenzen ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden ich würde mich da wahrscheinlich irgendwo ganz nach unten setzen aber ich würde mich trotzdem freuen wenn ihr mich wählt ich bringe nur ganz schnell meine Kernthemen an ich habe mich jetzt dazu entschlossen als Hauptthema für mich die Infrastruktur und Verkehr also gerade den öffentlichen Personennahverkehr zu wählen der ist mir sehr wichtig das liegt vielleicht auch daran dass auch Mietpolitik oder so ist mir auch wichtig aber da für ein Baurecht und Stadtplanung sicherlich interessant wäre generell stehe ich hinter den Themen Transparenz also gerade das IFG oder die Mitmachpolitik Bürgerhaushalt etc. da bin ich auch sehr interessiert dran Datenschutz Überwachung also die klassischen Kernthemen der Piraten stehe ich voll hinter und ja ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen mit dem Zeitaufwand beschäftigt den ein Stadtrat aufbringen muss der ist relativ groß was mich etwas überrascht hat also es ist ja wirklich fast ein Volltagsjob also ein Vollzeitjob habe ich mich jetzt auch beruflich dazu entschlossen beruflich etwas zurückzustecken um das aufbringen zu können diese Zeit mit ein paar Stadträten gesprochen auch wie die das so machen und wie die das so nutzen und bin da eigentlich jetzt guter Dinge genau eine Sache noch ich würde mich wie gesagt sehr freuen wenn ihr mich weit nach vorne wählt aber es gibt eine Person oder es gibt viele Personen da aber es gibt eine Person zumindest hier im Raum die ich persönlich vor mir sehen möchte also wenn ihr mich wählt dann wählt ihn bitte auch das ist der Thomas Rant ich persönlich ja nein ich habe jetzt in den letzten Jahren es zählt fast alle der Kommunalpolitik aber gerade mit ihm habe ich in letzter Zeit einfach ich bin total begeistert von ihm weil ich bin leider noch nie Stadtrat gewesen und ich habe keinerlei Ahnung davon und bevor ich da ein offenes Messer reinlaufe habe ich lieber jemanden an meiner Seite der sich wirklich damit auskennt und der auch wirklich Interesse hat da alles richtig zu machen und quasi mein Vorbild genau also wie gesagt ich würde mich ich würde mich sehr freuen wenn ihr mich wählt und falls ihr noch Fragen habt dann jetzt Vielen Dank Michael Gibt es Fragen an den Michael Ich sehe keine Nächste Klaus Jaroslewski Wer stellt ihn vor Walli Ja der Klaus stellt sich entsprechend auch zur Verfügung schöne Grüße hat im Moment viel um die Ohren und wie ihr wisst der Schatzmeister neu auf Landesebene und entsprechend immer noch auf Bezirksebene und macht da wirklich einen hervorragenden Job und steht eben als Kandidat auf der Liste damit wir da genügend Kandidaten finden und freut sich natürlich auch wenn er ihn entsprechend platziert Dankeschön Gut befragen können wir ihn jetzt nicht Nächste bitte Johannes Itzenblitz Entschuldigung Jonas Hallo mein Name ist Jonas Itzenblitz ich mache Rettungssanitäter bei den Johannitern bin in der Piratenpartei seit 2009 aktiv bei den jungen Piraten habe bei der Landtagswahl auch Unterschriften gesammelt hätte auch vor für den Stadtrat Unterschriften zu sammeln mache gerne Lückenfüller ja das war schon Vielen Dank Jonas Fragen an den Jonas keine dann Alexander Kohler Hallo ich bin nicht Alexander Kohler Alexander war gerade noch da der hat aber heute noch wichtige Termine und lässt sich daher entschuldigen Alexander hatte gerade das Pech oder Glück wenn man das nennen will dass ich ihn noch darauf hingewiesen habe dass er trotz Abwesenheit kandidieren kann und ich habe ihm angeboten ihn dann vorzustellen ihr kennt ihn er war unser Bundestagskandidat im Münchner Westen hat da mit dem Landtagskandidat genau in Pasing Aubing richtig so war das genau hat dort einen riesen Wahlkampf gemacht und er wird sich freuen wenn ihn als Viertelkandidat auf die Liste stellt er hat mich noch eins gebeten er möchte auch auf einen Kandidaten besonders hinweisen auf den Herbert das mache ich sehr gerne auf den Herbert Flammensbeck um das genau zu sagen weil der halt auch sehr sehr gut vernetzt ist weil der auch von der Kommunalpolitik richtig viel Ahnung hat hier in München und ein richtiger Gewinn für den Stadtrat wäre Vielen Dank auch Alexander können wir nicht befragen als nächstes Alexander Hi weil ich in Münchener Norden war und auf der Bundestagsliste hat man mich gebeten meinen Namen da auch drauf zu schreiben und ich wollte da nicht im Weg stehen deswegen stehe ich da jetzt auch drauf aber wählt mich bitte nicht nach vorne Danke Vielen Dank Alex Fragen Alex ist also fraglos glücklich Letzte Stefan bitte Hallo ich bin Stefan Dernstorfer Schatzmeister im Vorstand vom Kreisverband München Ich bin auch gerade gebeten worden mich drauf zu schreiben und bin auch Lückenfüller Jetzt kommt der nächste Kandidat Also großartig junge Damen die sich kurz falten prima Gibt es noch weitere Kandidaten die sich hier mit auf die Liste stellen möchten Damit erkläre ich dann die Kandidatenliste für geschlossen Dietmar ist glücklich Dietmar darf die Listen drucken Wir machen jetzt den ersten Wahlgang in dem wie der Florian schon ausgeführt hat letztendlich festgelegt wird Wollt ihr könnt ihr euch vorstellen mit diesen Kandidaten auf der Liste euch zu arrangieren Der zweite Wahlgang kommt dann später wo die Top 5 abgestimmt werden Zum Wahlverfahren Dietmar druckt jetzt die Wahlzettel aus wir werden die verteilen und haben dann hier vorne eine Urne Es ist so dass grundsätzlich bei jedem Kandidaten entweder mit Ja oder mit Nein angekreuzt werden kann Ja heißt ich kann damit leben dass er auf der Liste steht Nein heißt ich möchte diese Person nicht auf der Liste stehen haben Was noch wichtig ist falls ihr dann gedenkt hier abzuhauen oder irgendjemand von euch nicht Kandidaten wir brauchen jeden der nicht jetzt kandidiert auch nicht als Füllkandidat kandidiert um dann diese Liste zu unterschreiben am Ende der Versammlung also es lohnt sich auch bis zum Ende zu bleiben damit dann die feststehende Liste von denen unterschrieben werden kann die nicht kandidieren Vielen Dank Wahlzettel machst du Okay Wahlzettel werden gedruckt bitte dann mit der Stimmkarte sobald die fertig sind hier vorkommen und die Wahlzettel abholen und dann können wir zur Wahl übergehen sobald alle verteilt sind Falls ein Kandidat noch keine Zustimmungserklärung abgegeben hat soll er das bitte nachholen ? So was habe ich nicht was war es war so war es war war es war es war 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 so es it Okay, die Wahlzettel werden vorbereitet. Machen wir eine kurze Pause. Es geht weiter um 13.40 Uhr. Vielen Dank. 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 Ja, ich habe... Vielen Dank. Vielen Dank. Und... Vielen Dank. ... ... ... ... ... ...... 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 ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ......... ......... ............ ......... ............ ......... 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 ...... ......... ...... 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 ... ... ... ... ...... ... 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ...... 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 ... ... ...... ... 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 ...... ...... ...... Vielen Dank. 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 An die Wand werfen? Okay. Ja. Vielen Dank. Gabi. Ja. 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 ... der jetzt hierher kommt und dann einfach zu für Fragen zu finden steht. Wer für ein ersteres Schritt dann auf, wie auch immer das machen kann? Wobei Nummer 7, Karol, fällt ja raus. Die Liste für die ersten kommt, weil... ... das ist doch schön, wenn es ist... ... und wenn wir da mal abfragen, ob die Warte alles abfragen... ... naja, das ist für die Frage. Genau, jetzt die Frage, die auf die ersten fünf Listenplätze möchten. Nur die, die vorkommen, stehen dann letztendlich auch zur Wahl. So, wer möchte auf die ersten fünf Listenplätze bitte vorkommen? Wer auch weiterhin gute Chancen sieht? Oder wer jetzt sich berufen fühlt? So, mein Vorschlag ist... ... ihr stellt euch jetzt einfach noch mal kurz vor, warum ausgerechnet ihr... ... auf die ersten fünf Plätze sollt und wollt. Und ich würde vorschlagen, es stellen sich alle Kandidaten einfach mal vor... ... und danach machen wir eine offene Fragenrunde. Seid ihr damit einverstanden? Oder wollt ihr gleich eine offene Fragenrunde machen? Vorstellungsrunde hatten wir schon. Wer ist für Gleichfragenrunde bitte um Handzeichen mit der grünen Karte bis in der Aufstellungsversammlung? Ich sehe, dass das eine eindeutige Mehrheit. Wer ist dagegen? Gut, dann würde ich vorschlagen, Schlange bilden, Fragen stellen. Florian. So, ich mache es, weil es so viele sind, erst mal mit Handzeichen. Wer von euch war schon mal in einer anderen politischen Partei Mitglied? Das sind Ali, Thomas, Michael und Arnold. Entschuldigt, Leute, wir haben ein Aufnahmeproblem, weil hier stehen wir drücken zur Kamera. Können wir einfach die ganze Zeit ein bisschen da eher so rum? Alle zum Ali schauen. Haben wir eine Chance, haben wir keine Dank. Haben wir eine Chance, haben wir eine Chance. Das ist ein anderes Problem. Hier ist meine Akkundersprache. Ich glaube, der Strom ist. Der Strom ist jetzt mal. Du hast den Schock. Also, ich hätte an jeden von euch eine Frage, die mit einem Wort zu beantworten ist. Mit welcher Berufsbezeichnung werdet ihr auf dem Wahlzettel stehen? Ja, darüber, ich muss ein Wort dazu hinzufügen, weil das kommt daher, weil wir Wahlanalyse gemacht haben und wir in unserer Profession festgestellt haben, ja, Berufsbezeichnung ist wichtig. Sehe ich nicht so, aber Angestellter. Rettungsassistent. Nicht hängig, aber ich habe trotzdem Zeit dafür und ich habe mich jetzt auf vier Stunden Schlaf zurück trainiert. Das hat ganz gut funktioniert, auch während der letzten Wahlperioden. Und ich denke schon, dass ich auch Unterstützung bekomme. Ich würde meinen Sohn im Zweifelsfall mitnehmen, aber ja, ich kümmere mich auch um meinen Sohn. Dass meine Frau mich unterstützt, soweit sie das kann, ist normal. Aber ich habe ihn ja auch auf Parteitagen oder sonst was gehabt und ich bin auch der Meinung, dass sowas mit der Familie vereinbart sein muss. Und im Zweifelsfall sitzt mein Sohn halt mit dem Stadtrat, was soll's. Also, da ich heute meinen 31. Hochzeitstag habe, wird zu Hause seit 31 Jahren eine Volksdiktatur haben, bei der ich sage, was gemacht wird. Meine beiden Söhne erwachsen sind und ich auf dem Wege bin, zweifacher Großvater zu werden, stellt sich die Kinderfrage nicht. Ich glaube auch, dass ich das entsprechende Durchsetzungsvermögen gegenüber meiner Frau habe. Da diese gute Seele mich 31 Jahre ausgehalten hat, glaube ich, brauche ich dir keine Antwort darauf geben, ob die Familie da hinter mir steht oder nicht. Natürlich tut sie das. Ich bin Single und ich unterstütze meinen Wahlkampf zu 100%. Ja, ich bin zu Hause in der Unterzahl. Drei gegen eins. Drei Mädels. Zwei kleine, vier- und sechsjährige. Und ich habe die beste Frau der Welt. Sie hat für alles Verständnis... Entschuldigung. Wir machen naja viel, Fla, Flo. Es ist... Soll ich das Mikrofon da hingeben? Also, sie hat wirklich dafür Verständnis. Und bei mir ist es wirklich so, wenn bei Gabi warst, einmal ein kleiner Notfall zu Hause ist, dann bin ich halt für kürzer Zeit natürlich weg. Bei aller Liebe, in solchen Sachen, Familie geht vor. Doch noch eine Frage. Also, okay, ich höre jetzt schon auf. Das ist meine letzte Frage. Ein kommunales Thema, das mir persönlich wichtig ist, ist so ziviles Engagement gegen rechts. Und da hätte ich ein Fallbeispiel, die lokale Antifa-Gruppe. Also, so die Leute mit den schwarzen Kapuzenpullis kommen auf dich als Stadtrat zu, sagen, sie machen eine Demonstration, die jetzt per se ohne Einzelheiten dann prinzipiell so okay ist. Wer von euch als Stadtrat könnte sich zum Beispiel prinzipiell vorstellen, das dann zu unterstützen? Weil oft Demonstrationsanmeldungen haben es Stadtrat ja immer einfacher, wenn die das auch unterstützen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu euch äußern wollt, oder Handzeichen, würde mir auch reichen. Also, das ist... Also, prinzipiell, ohne jetzt auf Details. Ja, also, wäre jetzt ohne tot umzufallen. Okay, also, mir geht es darum, wenn sozusagen ich in einem Amt bin und von Piraten sozusagen dazu legitimiert bin, egal, was ich selber davon halte, ich frage die Basis. Also, das muss euch klar sein. Und das kann manchmal Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem, wie schnell ihr seid. Aber ich mache da einfach nichts. Und da bin ich ganz klar. Also, egal, wie mein Herz selber dafür schlägt. Also, dazu möchte ich Folgendes sagen. Ich komme aus einer Familie, wo die eine Hälfte in Stalingrad erschossen wurde und die andere Hälfte in Auschwitz in den Ofen geschoben wurde. Und ich hasse alles an Gedankengut, was ein ehemaliger österreichischer Obergefreiter über dieses Land gebracht hat. Und da ist es für mich keine Frage. Und da ist es mir auch vollkommen wurscht, wer das ist, dass ich das unterstütze. Also, ich würde das auch sofort unterstützen. Es ist ja so, dass wir ja nach dem eigenen Gewissen entscheiden sollen. Und ich habe natürlich damit ganz andere Erfahrungen gemacht, sehr viele negative Erfahrungen. Und ich war ja auch, Florian weiß es, permanent unterwegs. Jonas weiß es auch. Wir waren schon permanent unterwegs mit der Antifa gegen Stürzenberger, gegen die Freiheit, gegen die NSU-Unterstützer. Und ich werde auch von meiner Linie irgendwie nicht abschrecken. und vor allem habe ich da auch ein paar Projekte zu laufen mit Makabi zusammen, was uns auch sehr gut tun wird. Ein Satz noch zu aller Euphorie. Einerseits Bürgerbefragung, andererseits Piratenbefragung, drittens sonst irgendwas. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich Schmerzgrenze hätte als Verantwortung von Stadtrat, wenn wir sozusagen Berlin-Kreuzburger Verhältnisse plötzlich mit, haben wir in München nicht, ich weiß, aber mit umgeworfenen Autos oder sonstiges ein ordnungstechnisches Problem hätten. Dann hätte ich unter Umständen Probleme. Da mag das Motiv noch so gut sein, wenn es aber in ordnungspolitisches Chaos führt, hätte ich ein Problem damit. Noch jemand antworten? Noch jemand Fragen stellen an die Kandidaten? Dann schließe ich die Rednerliste in 3, 2, 1. Rednerliste ist geschlossen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu spät. Du nicht mehr. Dann kommen wir jetzt zum Wahlgang. Außer es fühlt sich jetzt jemand bemüßigt von euch noch ein Schlusswort zu sprechen. Bitte? Erwähne. Stichwort Kontinuität. Im März geht es los für 6 Jahre. Und da sollten wir uns wirklich die jetzt dafür für die Stadtratsposition sich hier anbieten. Da sollten Sie sich Gedanken machen, jeder einzelne. Da erwarte ich, dass wir jetzt schon sagen, ja, 6 Jahre bin ich da im Amt. Natürlich gibt es bei uns welche, die sich mit dem Beruf einigen können. Insbesondere die im öffentlichen Dienst sind. Da kannst du einfach sagen, Chef, ich gehe mal kurz für 6 Jahre, ich komme dann wieder. Da ist es gar kein Problem. Da ist wieder die gleiche Stelle. In der freien Wirtschaft ist es anders. Und wenn dann auch so beruflich jetzt irgendetwas vorsteht, dass man dann sagt, ja, okay, jetzt habe ich ein gutes Angebot nach einem Jahr bekommen oder ich arbeite darauf hin, dann möchte ich auch wirklich, dass wir uns vorher Gedanken darüber machen. Das ist bei der ÖDP passiert. In der Periode hat sich der Stadtrat dreimal gewechselt. Ob das gut ist, den Wählern gegenüber oder für unsere Arbeit, weiß ich nicht. Aber ich für mich sage, es wäre nicht gut. Vor allem der, der immer nachrückt, der müsste ja immer wieder von vorne neu anfangen. Daher bitte mit dem Beruf so irgendwie einigen, sechs Jahre lang erwarte ich von jedem, dass er auch sechs Jahre lang da zur Verfügung steht. Ich gehe davon aus, dass das bei allen Fünfen, die dann letztendlich die ersten Plätze belegen, das so sein wird. Dann herzlichen Dank für die Vorstellung der Kandidaten. Wir gehen zum Wahlgang. Wahlgang läuft ab. Wir haben einen Stimmzettel, wo die entsprechenden Kandidaten, die sich für die ersten fünf Plätze bewerben, alle draufstehen. Jeder kann jede Person maximal einmal ankreuzen. Es sind selbstverständlich mehrere Kreuze möglich, also klassisches Kumulieren. Wie viele Stimmen? Fünf? Nein. Ganze Liste. Also ihr könnt maximal jeden Kandidaten einmal ankreuzen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt auch nur einen ankreuzen, zwei, drei, wie eure Präferenzen sind. Wahlscheine vorne beim Dietmar bitte mit Vorlage der grünen Karte jetzt abholen. Wenn alle Garten ausgegeben sind, starten wir den Wahlgang. Ich bitte die beiden Wahlhelfer, die sich von den ordnungsgemäßen Zustand der Urne zu überzeugen. Die Urne, wo ist die? Oh, wenn es denn jetzt rauskommt, dann ist es der Wahlkarte. Sie sehen, die Änderung nicht mehr, die sich vertreten. Und dann können sie dann verteilen. So, wenn es die Stimme ist, 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 Ich habe es schon mal vorausgefüllt. Beutagell oder vorausgefüllt? Beutagell oder vorausgefüllt? Beutagell oder vorausgefüllt? Ja, wenn du mal hinschuldigst. Ja, erst beim Wählen wird angekürzelt. So, jetzt nochmal kann sich jeder bitte davon überzeugen, dass die Wahlurne leer ist. Die Wahlurne ist leer. Und warte mal, mach den Karton richtig zu. Okay, Wahlgang bitte die grüne Karte bereithalten. Maximal pro Kandidaten ein Kreuz, beliebig viele Kreuze. Bei zwei bitte das Kreuz. Der Wahlgang ist eröffnet. Bitte alle zur Urne. Schönen Tag. Danke. Vielen Dank. 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 und... und wir würden uns natürlich auf Feedback freuen. Danke. Vielen Dank. 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 Auf Andreas. Auf Thomas Rampft empfiehlen 30 Stimmen Auf Ali Jalip empfiehlen 20 Stimmen Herbert Gerhard Schön, 4 Stimmen Herbert Flammensbeck, 28 Stimmen Birgit Hoffmann, 29 Stimmen Und Michael Nikolai, 12 Stimmen Damit steht folgende Reihenfolge fest Platz 5 auf der Liste hat Ali Platz 4 auf der Liste hat Peter Bauer Platz 3 mit 28 Stimmen ist Herbert Flammensbeck Birgit, du hast dir Platz 2 gewünscht, du hast ihn auch bekommen Und den Kopf für uns alle hinhalten muss der Thomas So, damit ist die Aufstellungsversammlung abgeschlossen Ich bitte noch alle, die hier sind Entschuldigung, ich darf nur nicht nach Hause gehen Okay Okay Das heißt, wir brauchen jetzt noch die Reihenfolge der restlichen Plätze Von, wie viel sind es? 31 32 Wir geben jetzt Nummer 4 Emion Aus der Liste named Aus der Liste Bud Weiss Bye iffs Mess impost man sind goat Vielen Dank. Vielen Dank. Die restlichen zwei Wahlgänge, die Wahlzettel für die restliche Reihung auf der Liste werden momentan gedruckt. Sobald die fertig sind, erfolgt die Ausgabe, gebe ich Bescheid. Wir öffnen dann unmittelbar danach den Wahlgang, wie immer Ausgabe vorne beim Dietmar und dann, sobald die ausgegeben sind, die Wahlhelfer zu mir. Bei Aufstellungsversammlungen, sicherheitshalber nehmen wir jetzt alle die Wahl an. Also jeder Einzelne von euch bitte mit Ja bestätigen, dass er auch die Wahl annimmt. Sie haben schon unterschrieben, Sie müssen nicht mehr. Rein formal, damit es alle sehen, aber rein bei Aufstellungsversammlungen zählt die Unterschrift mit der Zustimmung, dass er auf die Liste geht. Also ich bedanke mich für das Vertrauen. Ich habe eben zu den anderen Vieren schon gesagt, wir werden unser Bestes geben. Wenn wir nachlassen, bitte ich auch die Partei, uns Kräfte in den Arsch zu treten, damit wir, ja, nein, das sage ich ganz bewusst, weil wenn man in so einer Stresssituation ist, man erlarmt irgendwann und die Kräfte gehen zurück. Und dann müsst ihr uns motivieren, dass wir da weitermachen, sonst packen wir das nicht. Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen. Ja, danke. Ich nehme auch sehr gerne euer Mandat an. Ich nehme die Wahl an. Ich bedanke mich und miteinander schaffen wir das. Danke. Also ich bedanke mich Sackgespeich. Ich nehme die Wahl auch an und zusammen packen wir alles. Ich nehme die Wahl auch an und vielen Dank fürs Vertrauen. Prima. Gut, dann machen wir kurz die Pause, bis die Wahlzettel verfügbar sind. Du möchtest was sagen? Also ich wollte euch als amtierende Bezirksrätin der Partei auch ganz herzlich... Hallo, kommt mal rein vom Rauchen. Also Birgit und die Jungs, alles Gute, guten Wahlkampf und es wäre toll, wenn ihr euch untereinander einigen könntet. In Heidhausen Dienstag oder Mittwoch zwischen 19 und 21 Uhr könnte ich einen Platz haben. Also einigt euch, ich muss entweder Dienstag oder Mittwoch nächste Woche zusagen. Viel Glück. Wir machen jetzt Pause. Bis Viertel vor. Wir machen um Viertel vor weitergeben, dann steht der Stimmzettel aus und dann legen wir los. Wir brauchen eine Stimmzettel. Wir brauchen eine Stimmzettel. Wir brauchen eine Stimmzettel. Okay, dann bitte jeder Stimmberechtigte kann jetzt beim Dietmar seinen Wahlzettel für den dritten Wahlgang abholen. Ein Hinweis, ein Kandidat, Arnold hat seine Kandidatur an der Stelle zurückgezogen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Bis zum Ende. Ende der Auszählung. Bye. 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 Zur Zwischenstand, Informationen vom Auszählen. Wir haben einige Stimmengleichheiten. Wir klären gerade ab, ob die Betroffenen dann zustimmen, dass alphabetische Reihenfolge oder dass jemand zurücktritt. Das dauert noch ein bisschen, das zu klären, also bitte ich da noch ein bisschen Geduld. Vielen Dank. 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 Auf Platz. Auf 10. Dann Klaus, auf 15. Auf 16. Auf 17. Nadine mit 19. 18. Platz 20. 25. mit 10 Stimmen ist die Stimmen, gut. 19. Ablehnen, Er erklärt, damit auch ein, ein Verständnis, Ich produziere, , 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 Es dazu, diese Liste entspricht der Form, wie sie aufgestellt wird, Ihr habt letztendlich unten nur die Möglichkeit, diese Listenaufstellung zuzustimmen, mit einem Ja oder Nein, ganz unten an der Liste bitte keine Personen ankreuzen, bitte keine Kommunierung machen, sondern nur diese Liste mit Ja oder Nein zustimmen. Stickzettel jetzt bitte bei mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer braucht noch einen Wahlzettel, bitte zu mir kommen. Dann überzeugen wir uns, dass die Wahlurne im ordnungsgemäßen leeren Zustand ist. Die Wahlurne ist leer. Hiermit ist der Wahlgang eröffnet. Bitte jeder nur ein Kreuz. Danke. 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 3, 2, 1 Dieser Wahlgang ist geschlossen. Vielen Dank. 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 Wir haben jetzt den Parteitag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.